Dieses Duell gewinnen. Okay, ganz kurze Details zu der Mod. Also X-Wing Mod habe ich euch ja bereits ein paar Tage vorgestellt. Könnt ihr euch auch mal im Kanal angucken. Da findet ihr alle Infos. Aber der Sternenzerstörer ist natürlich eine neue Mod. Und die könnt ihr euch unter diesem Video herunterladen. Einfach unter diesem Video den Link anklicken. Er setzt nämlich den Zeppelin von Atomic, also das Atomic Luftschiff. Guckt euch das mal an, wie krass das mit da aussieht. Ja, ich will euch das mal bezeigen. Guck mal. Guck mal ganz kurz. So. Jetzt guckt euch das mal an. Star Wars 1. Alter, das ist richtig geil. Wir fliegen gerade mit einem X-Wing über Los Santos und verfolgen einen Sternenzerstörer vom Imperium. Ist das nicht Hammer? Pass auf, ich zeige euch ein paar Sachen. Natürlich ist das noch in einer relativ frühen Beta-Version. Ihr benötigt einen richtig guten PC, um den Sternenzerstörer hier nutzen zu können. Ich fasse das gerade nicht. Es gibt so viele Sachen inzwischen von Star Wars in GTA. Es gibt auch einen Speeder und so. Den zeige ich euch auch noch in der nächsten Episode. Guckt euch mal das Größenverhältnis an. Zwischen diesen beiden Luftobjekten. Ja, wenn man so möchte. Komm. Hä, ist weg. Schade, er ist weggespawnt. Oder? Warte mal. Ich sage, es ist noch eine Beta. Okay. Spawn ist gleich wieder neu. Pass auf. Wir können das Ding tatsächlich auch selber fliegen. Das zeige ich euch gleich. Ich bin gerade ein bisschen so geflasht, weil ich habe gesehen, dass einer ein Screenshot davon an der Facebook-Seite gepostet hat. Vielen Dank nochmal dafür. Und dann musste ich echt sagen, alter Schweder, da ist es wieder. Guckt, da vorne. Wir können das jetzt abschießen, tatsächlich. Pass auf. Ah, nee. Alter, wir müssen... Ich muss es besser treffen. Das Ding ist, eigentlich ist der Sternenzerstörer durchsichtig, bis auf eine kleine Stelle. Ich zeige euch das mal. Warte mal. Wir können sogar durchsend durchfliegen. Wie gesagt, das ist eigentlich das Luftschiff. Boah. Genau, jetzt pass auf. Boah, verdammt zu spät. Guckt, wir können jetzt, wenn wir wollen. Ne? Ihr seht. Das Problem ist eben, dass es eine Textur ist, wie auch hier der X-Wing. Er setzt ja die Hydra. Und das könnt ihr alles in Bälde so erwarten, dass es wegen der X-Wing ist. Der ein vollständiges Modell ist. Und das Antioch-Lift-Schiff spawnt halt immer da, wo man sich gerade in der Nähe befindet. Ich würde freuen. Aber wir können jetzt mal selber spawnen. Das, was wir mal sehen, ist natürlich auch die Freeshow. Also, um 20 Uhr startet dann die Sendung. Ja, das ist richtig geil. Also, ich sage es ruhig mal den anderen, die im Chat am Wimaxland sind. Und trinkt man eine Cola, geht auf Toilette. Und, äh, viel Spaß noch. Mit unserem X-Wing hier. Machen wir mal. Aber das, ich habe das vorhin installiert und ich finde das so lustig, da ist es wieder. Ich finde das so lustig, dass ich auf einmal, äh, Sternzerstörer über mir hatte. Und das sieht einfach so bescheuert aus. Ja? Ich würde das mal an, ey. Alter, ich feiere das mega gerade. Okay, pass auf, wir fliegen nach Blade Count, den spawnt man denn selber. Also, wie gesagt, wer ein Video zum X-Wing sehen möchte, der kann das auf meinem Kanal bereits tun. Das habe ich ja hochgeladen. Das war vor ein paar Folgen. Am besten mal die Playlist der Mods durchgucken. Das findet ihr unter diesem Video hier verlinkt. Vielleicht war ich auch so schlau und habe das X-Wing-Video unter diesem Video hier verlinkt. Eigentlich schon. So, pass mal auf, wir sollten eigentlich in Sandyshows den Platz dafür haben. Und im nächsten Video gibt es dann vielleicht noch auf den Speeder. Oder in den nächsten Videos zeige ich euch noch einen Speeder aus Star Wars, wo wir mit dem Skywalker-Romodus in Episode 4. So, ihr wisst ja, ich bin ein riesiger Star Wars-Fan. Deswegen, ey, ich feiere das mega. Pass auf. Hier dürften wir eigentlich hoffentlich den Platz haben. Aber das ist ja ein Monstrum, habt ihr ja selber gesehen. Okay. Wir finden eigentlich nur eine Star Wars-Map, ne? Aber man könnte ja rein drittig... Die Hydra, also beziehungsweise den X-Wing haben wir gelandet mit dem Franklin. So, es gibt bestimmt auch schon Star Wars-Skins und alles. Wir könnten ja nicht mal einen Star Wars-Kurzfilm fast schon nahe drehen hier. Ja? Also das hier ist, wie gesagt, ne? Der X-Wing, guckt es euch an. So, pass auf, jetzt müssen wir ganz, ganz viel Platz haben. Also, das Atom-Luft-Schiff verschwindet und ihr habt dafür eben den Sternenzerstörer. Und das ist... Moment. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo finden wir das denn? Hier, ne? Ne, warte mal bei Helikopters, kann das sein? Oh, dann lassen wir den mal starten. Okay. Also seid ihr bereit? Bumm. So, ihr seht hier unten, ja? Das ist eigentlich die Überbleibsel vom Zeppelin. Ja? So, guck mal. Äh, ganz ehrlich? Wie krass ist das denn? Wern mal, wir können doch irgendwie... Ah, ich hab vergessen. Wir müssen das Ding jetzt erstmal hochkriegen. So. Guckt euch das mal an. Ist doch absolut unnormal, oder? Wir fliegen gerade an den Sternenzerstörer in GTA 5. Alter. Ich hab vorhin noch irgendwann die Trieb... Also die, die... Wie sagt man eigentlich bei einem Sternenzerstörer hinten? Also da, wo der Antrieb rauskommt, der noch beleuchtet und man könnte durchlaufen und alles... Boah, das wäre ein Traum. Okay, pass auf. Wir nähern uns Los Santos. So. Es gibt bestimmt auch einen TIE-Fighter und was, was ich nicht alles... Ich werde euch auf jeden Fall die ganzen Star-Wars-Mods noch zeigen, wenn ihr wollt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So. Ne, also eigentlich ist die Ansicht folgende. So, ja? Guckt euch das mal an, bitte, Alter. Wie krass ist das denn? Ich feiere das gerade mega. Hier, so sieht das Ganze aus. Ja? Ey, das ist unnormal geil. Boah. So. Guck mal, da können wir auch mit wenden. Aber es ist super langsam. Oh Mann, ey. Ich kann da schon fast einen Star-Wars-Kurzfilm mit, äh, drehen. So doof, dass die kein Laser abfeuern können. Krass, das aussieht, ne? Oho. So, wir gehen mal ein bisschen runter. Unter uns befindet sich ja schon fast Los Santos. Vielleicht sind wir einen anderen, äh, Sternenzerstörer noch. Boah, guck mal, das Größenverhältnis. Oho. So, ich gehe gerade ein bisschen runter. Ich sehe noch keinen anderen. Das Bild, ey, das ist hefty. Das könnt ihr eigentlich als Desktop in der Runde nehmen. So, guck mal. Ne? So. Wir müssen weiter nach vorne. Wir treiben die ganze Zeit. Guckt euch mal auf den Schatten da unten an. Ah, wir sind noch zu weit hoch. Warte mal, ich gehe noch ein bisschen runter. Boah. Alter, schön. Es gibt ja auch noch das Mass Effect Schiff und so. Das kann ich euch alles noch zeigen in den nächsten Tagen. Es gibt so viele Mods inzwischen. Also wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, macht es auf jeden Fall, wenn ihr denn möchtet. Und, äh, denn es gibt ja hier jeden Tag neue Mods, die ich euch hier vorstelle. Und das hier ist ja wirklich mal ein Highlight, oder? Ich gehe noch ein bisschen tiefer. So, und jetzt fliegen wir mal Richtung Skylight. Da vorne ist es. Oh, kein anderes, äh, kein anderer Sternenzerstörer in der Luft. Schade. Boah, Alter. Das ist so krass zu navigieren. Ich gehe noch mal rüber da. Ich gehe noch mal rüber da. Guckt euch mal an, wie klein der Helikopter dagegen aussieht. Guck mal hier. Kreuzen sich jetzt. Die Schwetter werden gekreuzt. Alter Schwede. Oh, was macht er denn? Pass auf, mein imperialer Freund. Ja, auf jeden Fall ist das die Sternenzerstörer-Mod von Star Wars hier. Und, äh, exklusiv in GTA, ja, wenn man so möchte. Es gibt, glaube ich, kein Spiel inzwischen, was so dermaßen geile Mods hat. Ähm, außer natürlich die Vorgänger. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat, wie gesagt. Und ihr findet unter diesem Video alle Links, und wie ihr das Ganze installieren könnt. Probiert es selber aus. Installiert euch am besten noch einen X-Wing, und dann könnt ihr richtig viel Spaß damit haben. Ähm, das Ganze gibt es dann unter diesem Video. Und ich wünsche euch was. Oh, oh. Okay, was passiert jetzt? Der Sternzerstörer- The Sternzerstörer. Der Sternzerstörer Wie? enmig! Der Sternzerstörer besser der первere vraag nur, was er gibt. Und der Fenzerstörer- Wski wo孩- Bis zum nächsten Mal. 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 Ein Hammer Auto. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ihr kennt. Der gute Mal. Bis zum nächsten Mal. Hat er hat. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich weiß. Bis zum nächsten Mal. 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 Wie gesagt, wir haben ja gerade schon erzählt, dass das quasi komplette Pakete sind, komplette Entwicklungspakete, die eigentlich dann den Entwicklern vorliegen und wo man es denen dann ziemlich einfach macht. Das heißt, hier sehen wir jetzt gerade Mobile Games. Du kannst heutzutage alles machen mit diesen Engines. Und hier ist jetzt ein kleiner Ausschnitt. Wir nehmen uns jetzt erstmal die Unreal Engine vor. Das heißt, die Unreal Engine 4 ist ja die aktuellste Version und das ist quasi im Endeffekt schon so ein umfangreiches Programm. Wenn ich dich ganz kurz unterbreche, Ben. Paddy, könntest du bitte den Splitscreen ausmachen, weil das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn gerade. Ja, genau. Zumal ja der Curry hier einfach mal sitzt. Ja, also jetzt hat der Paddy einfach mal völlig vorweg die Infos genau, was später passieren wird. Aber okay, weiter geht's. Nochmal ganz kurz zurück. Aber der Curry ist gar nicht da. Auf jeden Fall, hier haben wir jetzt einen kleinen Ausschnitt. Wie gesagt, man kann 2D, 3D Mobile Games programmieren, alles. Und hier sehen wir jetzt die Blueprints. Das sind sozusagen Skripte, die vorgegeben sind, wo man dann miteinander Kombinationen schaffen kann und die dann fürs Programmieren benutzt werden. Und fürs Debuggen zum Beispiel später, wenn du irgendwo Fehler drin hast, dann kannst du halt dann on demand quasi gucken und dir die Fehler da raus scripten. Und so sieht das im Grunde aus hier. Das heißt, hier ist jetzt die Unreal Engine 4. Hier ist so ein Ausschnitt, wie man zum Beispiel ein paar Gegenstände designen würde. Sehen wir hier jetzt einen Tisch und einen Stuhl. Sieht ja ganz gut aus, Dennis. Ja, finde ich auch ganz cool. Also das jetzt in dem Programm. Genau, das ist ein Teil der Unreal Engine, so wie ein Unreal Editor, wo du quasi dann die Sachen editieren kannst. Aber ist es so einfach, dass man die dann auch so im Katalog auswählt und einfach da hin platziert in der Welt oder wie muss ich mir das vorstellen? Theoretisch kannst du alles machen. Du kannst alles selber machen. Es gibt auch vorgegebene Sachen, zum Beispiel irgendwelche vorgegebenen Oberflächen oder halt zum Beispiel Grundstrukturen, Würfel, Fässer und so was, alles. Aber du kannst das dann alles quasi... Was ich aber viel krasser finde, warum machst du den Tab Anonymous auf? Genau, das ist gleich noch... Dazu komme ich gleich noch. Das zeige ich nämlich gleich noch. Genau. Und hier ist noch der Source Code, über den wir gerade schon gesprochen haben mit Dennis. Wie gesagt, das ist alles in C++ programmiert und man könnte halt als Entwickler auch direkt dort programmieren. Programmieren und Einfluss nehmen, aber heutzutage ist das nur der Source Code und das, was wir gerade gesehen haben hier, die Werkzeuge sind natürlich einfacher. Hätte ich mal eine interessante Frage. Man sieht jetzt den Source Code. Wenn jetzt der Entwickler hingeht und es gibt noch kein Update, also das Spiel kommt raus und hat einen Bug, ändern die das dann direkt im Source Code oder wird das dann nachträglich in der Engine selber geändert oder im Spiel? Also die müssen ja eigentlich nur den Code ändern, habe ich das richtig verstanden? Das heißt, nur die Programmierer müssen dann ackern, ne? Ja, was heißt Programmierer? Ne, also du kannst halt, heutzutage ist es so, dass du direkt im Game, ne, dass auch Änderungen vornehmen kannst und dass die Engine dann so weit vorgeskriptet ist, dass er das dann teilweise einfach on demand quasi übernimmt. Du willst den Entwickler das ja so einfach wie möglich machen, ne? Und Zeitressource ist natürlich eine große Sache und das ist heutzutage schon ziemlich einfach, will ich schon fast sagen, wo dann halt auch die Design-Techniker quasi einfach ihren freien Lauf lassen können. Und wie gesagt, wenn du keine Ahnung von Programmieren hast, könntest du theoretisch trotzdem ein Spiel mit so einer Engine programmieren, ne? Und wir sind ja jetzt hier, letzte Woche waren wir schon bei Virtual Reality und natürlich, ich meine, das ist jetzt so quasi der neue Shit, ne? Einer Spiele-Engine, dass man irgendwie versucht, diese Virtual Reality in diese Spiele mit einzubauen, ne? Und da sind halt auch ein paar Spiele schon mit rausgekommen und alles, ne? Zum Beispiel? Ja, so viele Oculus Rift Games halt, ne? Jetzt nicht unbedingt mit der Unreal Engine 4, ne? Aber könnte man jetzt zum Beispiel, was eine interessante Frage ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen GTA hat, ja? Könnte man jetzt in GTA einfach die Brille aufsetzen und dann spielen oder müsste man das Spiel dann, die Engine dann wieder so anpassen, dass das möglich wäre? Letzteres, du müsstest natürlich, äh, das alles, ich, deswegen ist das ja hier auch auf der Unreal Engine 4, äh, hier Virtual Reality jetzt ein großes Thema heutzutage, ne? Äh, du müsstest es natürlich, äh, programmieren, ne? Das ist ja immer so, du musst ja dem, der Hardware musst du ja immer quasi geben, was sie will. Du kannst ja zum Beispiel auch nicht, äh, jetzt einfach ein PC-Spiel programmieren und dieses PC-Spiel an der Konsole laufen lassen, weil die Konsolen ganz spezielle Hardware-Spezifikationen haben und die müssen dann quasi alle, äh, aufeinander abgepasst sein, ne? Du sprichst da nämlich gerade einen interessanten Punkt an. Viele haben sich beschwert, dass, äh, GTA 5 tatsächlich das neueste, oder die neuesten Updates gar nicht eben, äh, für die alten Konsolen rauskommen. Was viele aber gar nicht wissen, ist, dass der alte Konsolenspeicher einfach jetzt nicht mehr das packt, ja? Und man geht dann da hin und, äh, rennt mit wütenden Fackeln auf Rockstar Games zu, die natürlich einfach schon damals gesagt haben, hör mal, wenn jetzt die NX-Gen und PC-Version rauskommen, da geht das einfach nicht mehr, weil die Engine, das einfach, oder die Rechenpower der alten Konsolen, das nicht mehr packt, ja? Ja, da hat, äh, Rockstar Games überhaupt nichts, äh, Böses getan, sondern die haben einfach schon das, was sie aus der PS3- und Xbox 360-Version von GTA rausgeholt haben, ist da schon eigentlich ein Riesenbrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, da hätte man natürlich, man hätte da einfach wirklich denken können, alter Schwede, da geht gar nichts mehr, ja? Ja, und die haben es aber trotzdem noch hingebogen, das Spiel dann auf die Plattform auszuballern und da muss ich schon sagen, also da sollte man dankbar sein und nicht wieder die Entwickler fertig machen. Das ist ja bei vielen, vielen anderen Themen genauso, ja? Wenn wir mal, äh, nehmen wir mal, äh, Star Wars Battlefront, ja, da passen wir das nicht, da passen wir das nicht. Ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit und Geld eigentlich hinter so einem Spiel steckt und auch natürlich so eine Engine zu programmieren. Eine Engine ist nochmal, also wenn du jetzt sowas wie geht, nimm mal ein anderes Spiel, du hast irgendein anderes Spiel, ja? So, dann gibt es jetzt, äh, Battlefield oder sowas, du musst erstmal bei Battlefield die ganze Engine, äh, programmieren und dann die darauf die Teile machen. Deswegen werden viele immer sagen, äh, das Spiel hat noch keine neue Grafik, äh, das ist halt mega Aufwand für einen Entwickler, ja? Und, ähm, das sehen halt nicht viele. Ja, deswegen kommt natürlich dann zum Beispiel so ein FIFA 16 oder so auch mal in derselben Engine und da ist dann vieles natürlich gleich, ne? Ja. Aber, äh, es kommen halt auch immer wieder mal dann diese Versionsupdates theoretisch, Unreal Engine 3, Unreal Engine 4. Die Binnen und Lauf. Bei 3 gibt es ja jetzt bei Battlefront zum Beispiel, ne? Dann, äh, gibt es auch, dann ist die Engine schon wieder komplett überarbeitet worden, ne? Ganze Grafik, Sound, alles, das ganze Programm ist einfach nochmal auf einem anderen Level dann wieder, ne? Ja, das ist schon sehr krass. Und, äh, was wir gerade noch gesehen haben auf dem Rechner, das war quasi ein Ausschnitt, den wir gleich nochmal in Trailerform zeigen wollen, denn da geht es nämlich darum, was das Maximum an Grafik ist, was man heutzutage aus der Unreal- Engine 4 zum Beispiel rausholen kann. Das Maximum, also das ultimative, die ultimative Grenze. Ja, also theoretisch, äh, die Grenze nach oben ist wahrscheinlich nicht, äh, 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 gesprengt mit diesem Video, aber das zeigt schon in etwa das, was die Unreal Engine 4 kann, ne? Und das fanden wir eigentlich ziemlich eindrucksvoll, dieser kleine Ausschnitt, den wir jetzt mal kurz zeigen könnten, Patrick. Deswegen gucken wir uns jetzt mal einen kurzen Ausschnitt an, was zeigt, wie toll denn die Unreal Engine oder beziehungsweise der Entwicklungsstatus einer Engine denn vorausgeschritten ist. Und hier sieht man, äh, ein wunderschönes Haus. Jo. Ja. Ah, jetzt. Ja, hier, Powerbar Unreal Engine natürlich, ne? Das Ding ist halt komplett in der Unreal Engine 4 entwickelt worden und zeigt, äh, quasi so eine Art Roomtour hier in Paris, ne? So eine Pariser Wohnung. Und, äh, ja, das ist halt, wenn man sich das mal so anguckt oder auf den ersten Blick da mal so rüberschaut, sieht das also meines Erachtens schon ziemlich krass aus, so teilweise sogar fotorealistisch. Hat so ein bisschen was von PT, finde ich gerade. Ja, ja. Nur ein schön, ein Licht. Nicht so abgehalftert, ne? Sondern, guck dir das mal an, dieses Bett und so, sieht aus wie so eine Ikea-Werbung oder so. Jetzt frage ich mich gerade, sind die Ruggler gerade in der Demo oder sind die gerade bei uns? Ja, weiß man nicht. Liebe Regie. Kann man da kurz ein Statement zugeben? Ähm, ich denke, das ist im Video, also bei uns eigentlich nicht. Okay, ja, super. Äh, ja. Auf jeden Fall ist das, wie gesagt, das ist jetzt die neueste Grafik-Engine, der Annual Engine 4. Das ist halt schon ziemlich eindrucksvoll. Kann man nicht anders sagen. Und das sind einfach so viele Unterprogramme, so viele Systeme, die da halt alle schon in dieser Haupt-Engine mit drin sind. Also, das ist eigentlich unaussprechlich, ne? Was ich ziemlich interessant finde, aber auch ein wichtiger Punkt ist, so eine Grafik wirst du erst wahrscheinlich mit der nächsten Konsum-Generation sehen, weil das Ding ist, äh, ne, wir ruckeln tatsächlich jetzt auch, guck mal, jetzt geht's wieder. Weil das Ding ist, ähm, dass ich glaube, ähm, wenn du das auf einer großen Welt machst, kannst du die Grafik nicht so gut aussehen lassen. Und was für ein System brauchst du, um so eine Welt, äh, um so ein Spiel zu zeigen? In so kleinen Räumen wie zum Beispiel Desgrade oder in Silent Hills, ne? Oder Alice Road, was ja jetzt auch programmiert wird, da kann man wahrscheinlich so einiges dann auch auf einen kleinen Platz dann animieren, so, ne? Und da hängt ja auch viel dahinter, ne? Es ist ja nicht nur halt die Grafik an sich, sondern, wie wir gerade schon sagten, Physik, Sound, hier, äh, Persona, Animation, alles, ne? Also, ich finde das ziemlich interessant, vor allem, äh, die Tatsache, dass, wie gesagt, du hast ja das Beispiel mit der Granate genannt, du schmeißt eine Granate, die rollt dann den Berg runter und die Granate weiß, dass sie den Berg runterrollen muss. Und das ist schon, äh, das ist alles vorprogrammiert, ne? Also, wenn man mal bedenkt, wie die Spiele vor zehn Jahren aussehen und jetzt, ich weiß noch, wo ich damals Playstation 2 gespielt hab, und da hat man dann so Szenen gesehen in so Cinematic-Trailer, wie dann Flugzeuge über einen drüber geflogen sind, und ich hab gesagt, boah, das fehlt niemals so aussehen und jetzt spielst du Battlefield, Battlefront, äh, alle Games, die es so gibt und du siehst das live gerade so, weißt du, und das, finde ich, ist ein wirklich ein toller Zustand. Ich bin aber immer noch nicht von diesem VR, also VR-Ding gepackt, muss ich ehrlich sagen. Also, für mich wäre das zu, ich, manchmal setzt man sich auch einfach nur auf die Couch und will spielen, da hat man keinen Bock, jetzt das und das zu machen, finde ich, ne? Ähm, aber wie sieht's denn aus bei so einem VR-Titel mit der, äh, Physik? Also, dann ist es ja so, ähm, ich hab einen Handschuh zum Beispiel an, ah, ne, bei VR gibt's da gar keine Handschuhe, ne? Man spielt nur mit den Augen. Nicht zwingend, nicht zwingend. Ja. Was ich aber interessant finde, ist die Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, denn, äh, wenn ich zurück überlege, wir sind ja auch schon Gamer der etwas älteren Stunde, und, äh, die Annulie Engine 4, die ja heutzutage dann ziemlich mächtig daherkommt, oder die Crytek Engine oder die Unity, in Unity werden ja auch sehr viele Indie-Games zum Beispiel programmiert, äh, die wir uns gleich auch nochmal ganz kurz angucken in einem Trailer, aber was ich wirklich faszinierend finde, ist diese Entwicklung, kennst du noch Unreal Tournament? Ja, klar. Das war ja damals die Unreal Engine 1. Das war eine Premiere praktisch. Das war quasi so das erste Mal diese Engine, wie man sie gesehen hat, dieser Motor, ne? Und von da aus wurden dann auch, äh, Unreal Engine 2 entwickelt mit neuen Unreal-Titeln, und man hat echt immer diese Entwicklung auch, nicht nur in der Grafik, sondern im gesamten, äh, Computerspielsystem halt mitbekommen und gesehen dann, ne? Da gab's ja Unreal Engine 1, 2, 3, und auch immer so Unterpunkte 2.5, und hast nicht gesehen, alle hatten so irgendwie neue Motoren drin und neue, äh, neue Spezifikationen, ne? Und das war schon ziemlich interessant, ne? Und das Ganze natürlich auch bei Frostbite, ne? Ich würde mal die Leute gerne fragen, was war denn optisch das krasseste Spiel, was ihr bis jetzt gespielt habt, so von der Optik her? Also nicht jetzt vom Technischen her, nicht vom Story, nur von der Optik her. Ja. Also meins war es ganz ehrlich, ähm, war schwierig. Also ich fand Star Wars Battlefront schon ziemlich krass, weil das nämlich, äh, extrem krasse fotorealistische Texturen hatte. Ja. Das neue Battlefront, ja. Aber Watch Dogs fand ich auch sehr, sehr krass. Watch Dogs sah auch krass aus, äh, aber das, äh, sah ja bei der E3 damals ganz anders aus. Ähm, ansonsten... Also die Crytek Engine haut auch schon grafisch einiges aus. Oder Crysis 1. Crysis 1 oder Crysis 3, auch sehr, sehr krass. Ja, klar. Deswegen schreibt es doch mal, äh, in die Kommentare auf YouTube, Twitch oder natürlich mit dem Hashtag Science of Gaming auf, äh, Twitter. Und natürlich müsst ihr bei Science of Gaming auf Twitter gerade auch posten, wie ihr den Stream natürlich guckt. Denn wir wollen gleich live in der Sendung natürlich gucken, was ihr so auf Twitter schreibt, die alten Banausen. Aber wir gehen mal weiter im Thema. Denn, äh, wir haben noch einen Trailer, hast du gesagt. Genau, wir haben noch einen Unity-Trailer. Den können wir mal ganz kurz abspielen, wir labern da einfach mal drüber. Genau. Das ist nämlich, äh, quasi, hier wird jetzt, äh, noch einmal der Unity-Trailer gezeigt, wo dann halt, äh... Oh, das war der Android-Trailer. Die Regie ist heute so auf Zack, die ist richtig flott dabei. Ja, die ist immer dabei. So, jetzt kommen wir zu der Unity-Trailer. Genau, und hier sehen wir jetzt das aktuelle Programm Unity 5, wie es heutzutage ist in der Entwickleroberfläche. Hier sehen wir quasi auch wieder ein paar Neuerungen. Welche Spiele benutzt denn gerade Unity 5? Äh, Indie-Game zum Beispiel The Forest. Okay. Kennst du ja wahrscheinlich. Ja. Und viele neue Sachen halt, ne? Und, äh, das sind immer so neue Grafikeffekte hier. Real-Time, Global Illumination, ne? Hammerös, alles neu und, ne? Alles ist natürlich hier, hier physikalisches Shadering und sowas, ne? Das ist schon sehr krass. Das ist jetzt erstmal nur, was sie kann, aber gleich sieht man noch ein bisschen die Oberfläche. Ja. Also ich finde, das ist schon sehr beeindruckend, wie weit jetzt die Technik schon ist im Gaming-Universum. Da gab es ja auch kürzlich so einen Trailer von, äh, Star Wars, ne? Genau, hier sehen wir jetzt nochmal ganz kurz, wie es ein bisschen aufgebaut ist. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Wenn man damit arbeiten würde, teilweise kommt es einem so vor, als wäre es so ein reguläres Programm, aber es ist halt, äh, ja gut. Ich meine, sowas wie RPG-Maker oder so, kennst du ja vielleicht auch, ne? Boah, früher, ey. Ja, ja, da hab ich sogar mal ein Spiel gemacht, ne? Ja? Ja, ja. Wie hieß das denn? Ja, Final Fantasy VII, ne? Remake. Ja, das war so Remake. Nur in noch schlechterer Grafik. Ja, eben, genau. Ja. Aber war cool. Hat mal eigene Story gebaut und so. Hat schon Spaß gemacht, eigentlich, ne? Ja, RPG-Maker fand ich cool, ey. RPG-Maker war nice, ja. Ja, das war auf jeden Fall ganz kurz ein kleiner Einblick in Unity. The Forest benutzt das unter anderem. Ja. The Forest. The Forest Curry. Auf jeden Fall, ja, wir haben ja noch einen Special Guest gesehen, vielleicht später nochmal Special Guest. Das erste Mal heute live hier dabei, ne? Ja, der Curry war schon oft hier, also bei allen drei Sendungen, jetzt ja die dritte Episode. Und nie war er richtig so zum Einsatz gekommen, ne? Ja, eben. Der muss erst mal singen später. Ja, aber ich glaube, wir haben noch ein paar Themen vorbereitet. Ja, wir haben natürlich auch eine viel, viel weitere News. Und zwar, uh, 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 uh. Stellt euch an, Leute. Ich fahr mal ganz kurz aus dem Bild. Und zwar haben wir den gestern, gestern, ich muss es ganz kurz aus meiner Sicht erzählen, ja? Also ich bin ja, ich, ich, ich weiß es ja, ne? Aber ganz ehrlich, ich saß, ich bin morgens wach geworden und dann kam mir erst dieser Trailer von Star Wars Episode VII raus. Und ich hab mir gedacht, sieht das geil aus. Und dann war es soweit. Ich werd morgens wach, ich schnapp mir mein Smartphone, ja, mein Nokia 3310, hab noch eine Runde Snake gespielt. Und dann hab ich natürlich den Trailer zu Star Wars Episode VII geguckt, meine Freunde. Der ist endlich da. Tralala, ich hab mich so gefreut. Boah. Junge, wir haben dann sogar zeitgleich geguckt. Du warst auf dem Teamspeak mit mir, wir haben dann beide abgespielt. Ben, seine Reaktion war die ganze Zeit. Boah. Komm, noch einmal. Boah. Nee, auf jeden Fall, ich wollte ihn mir erst gar nicht angucken, weil ich auch Trailer manchmal meide, um mich nicht zu spoilern. Aber es ging einfach nicht anders. Komm, wir ballern den mal los jetzt hier, ja? Das war einfach Star Wars. Hat wahrscheinlich schon noch Abend durch. Wir haben gedacht, wir gucken ihn einfach nochmal mit euch zusammen, Freunde. Genau, wir gucken ihn mit euch zusammen. Und wir labern da natürlich auch nochmal drüber. Und da gibt es ein paar interessante Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich möchte es aber nicht spoilern. Erstmal stellt man sich die große Frage, wo ist Luke Skywalker? Tod. So, erstmal ganz kurz zu dieser Szene. Nein, natürlich nicht. Nämlich, die gute Rey, die wird in Star Wars Episode 7 eine Schrotthändlerin sein. Ich kann das auch sehen, ne? Ja. Die Sternzerstörer gerade Schrott sucht. Rey war doch richtig, ne? Krass, Rey. Und wird gespielt von einer netten Dame, die Daisy heißt. Und hier sieht man dann eine Szene, die erzählt dann, ich bin niemand, ich bin nichts. Weil die ist einfach nur dazu da, wirklich in ihrem Willen. So, ich mach meine Arbeit und das. So, und hier Lukas Films natürlich. Er erinnert sich ein bisschen natürlich auch an Tatooine und Anakin irgendwie, ne? Genau. So, nur dass sie jetzt nicht auf Tatooine ist, sondern auf Jakku, glaube ich, ne? So, jetzt nehmen wir hier das Schicksal von Finn. Das ist der zweite Protagonist, der natürlich eigentlich Pilot eines TIE-Fighters ist. Der neue TIE-Fighter in schwarz sieht auch schon mega geil aus. Ja, genau. Und hier natürlich der Oberschuh für Kaido Ren. Ja, das ist der neue Sith. So, jetzt stellt man sich die Frage, wer steckt unter dieser Maske? Man weiß natürlich, dass es jemand ist, der der schwarze Haar hat, ja, ein Darsteller. Aber ich habe die Theorie, dass Luke Skywalker zur dunklen Seite der Macht gewechselt ist. Und gerade den ihr gerade da gesehen habt, ja, der die Hand vor das Gesicht bekommen hat, da gibt es auch noch einen interessanten Fakt. Der ist nämlich extrem Pilot. Und jetzt sieht man gleich eine interessante Szene, da muss man auch mal drauf achten. So, Han Solo hier, oh, mein Herz. Han Solo sagt jetzt zuerst natürlich, es ist wahr, was passiert ist, weil die beiden denken, das sind alles nur Geschichten, denn es spielt ja 40 Jahre vorher. Aber jetzt passiert was Interessantes, ja? Ja, ich bin mal ganz kurz ruhig, damit ihr seht, was ich meine. Er spoilert aber schon ein bisschen was. So, guck mal, die sagen das Böse und das Gute. Das Gute ist der Finn, der aber eigentlich ein böser TIE Fighter Pilot war. Und der X-Wing Pilot ist dann das Böse, ja? Der wird dann wahrscheinlich bekehrt. Ob das halt quasi so eine Art Umswitchung ist, das weiß man nicht. Und hier auch eine ziemlich interessante Szene, sieht man einmal ganz kurz, wie die Rey sich über eine Lederjacke beugt. Deswegen geht man davon aus, dass Han Solo wohl das Zeitliche segnen wird. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht so sein wird, ja? Weil ich finde, Han Solo ist einer der kurzen Charaktere überhaupt in dem ganzen Film. Sind natürlich alles nur Theorien, die natürlich im Internet kursieren. Keine Spoiler, aber! Aber, dass der X-Wing Pilot zum Beispiel vielleicht zur dunklen Seite kommen würde und Finn dann halt auf die gute Seite, ist natürlich so eine Art Tausch, sag ich mal. Weil der ja auch dramaturgisch Sinn ergeben könnte, ne? Aber wo ist Luke Skywalker? Ja, ja. So, man sagt jetzt, das ist... Man wollte vielleicht nicht noch mehr spoilern, also man hat ja schon echt viel gespoilert. Man sagt, dass Luke Skywalker vielleicht der sein könnte, der die Hand auf Erzhoh liegt. Aber wer sagt, dass er das ist? Tja, man weiß es nicht. Man sagt jetzt, die Hand ist auf jeden Fall spannend, aber wer sagt, dass das Luke Skywalker ist? Ja, was habt ihr denn für Theorien? Müsst ihr uns auf jeden Fall mal mitteilen? Ja. Einmal mit dem Hashtag ScienceOfGaming, natürlich bei Twitch und auch bei YouTube in den Kommentaren, liebe Freunde. Und natürlich, was meint ihr? Ja. Wie wird die Geschichte von Star Wars aussehen, von Star Wars Episode 7 und wie wir das aussehen mit Luke Skywalker. Wo ist er? Wo ist Luke? Ich hab keine Ahnung. Und wir beide sind solche... Wir sind ja vier Freunde, ja. Also der Ben. Ja. Nicht. Nein, der Ben. Der Kevin, der da hinten sitzt, also Curry. Und der Playzett und wir werden am 16.12. eine Live-Sendung von ScienceOfGaming hier machen, natürlich. Und im Anschluss, nach der Sendung, werden wir dann direkt ins Kino gehen und uns die Mitternacht-Premiere von Star Wars Episode 7 reinziehen. Scheiße. Und im wichtigen Leitthema Assassin's Creed Syndicate. Was kann man denn da hinten stehen, Dennis? Also da kommen wir gleich erstmal zu. Assassin's Creed Syndicate haben uns schon die ein oder anderen paar Let's Plays zugesehen. Deswegen haben wir eine kleine Aufgabe für euch. Geht auf playnation.de, sucht Assassin's Creed Syndicate oben in der Suche und bewertet es doch einfach mal euren Ersteindruck. Und wir lösen gleich eure Bewertung in der Sendung auf. Aber wir haben hier eine ganz besondere Edition von Ubisoft bekommen. Einige haben es ja schon gespielt, einige haben es schon gesehen, deswegen könnte man es ja schon mal bewerten. Genau, das ist eine Big Ben Edition. Der Ben freut sich insbesondere. Komm, mach mal einen Big Ben-Witz. Nein. Hat jemand von euch Big Ben-Witze? Postet sie mal bitte. Ja, das könntet ihr natürlich tun. Ich bin so einfallslos. Könnt ihr jetzt was sagen, aber ich sehe nicht. Also, dass du den großen Big Ben hast, oder was? Nee. Ist der auch vorne so spitz? Nee, Big Ben, ja. So, also... Nee, ich war schon mal beim Big Ben. Ich auch tatsächlich. Nee, das ist die Edition, aber wir haben uns natürlich keine Kosten und Mühen geschollt. Wir haben da ein kleines Clipchen für euch vorbereitet, das natürlich einfach mal zeigt, was denn genau hier drin ist. Und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an, liebe Freunde. Viel Spaß damit und der Ben macht noch diese Edition kaputt. Nee? So, liebe Freunde, wir gucken uns jetzt eine richtig schöne Edition von Assassin's Creed Syndicate an. Syndicate, ja, tolles Spiel. Spielt ja in London. Und deswegen hat Ubisoft sich einfach mal gedacht, wir bauen eine Big Ben Edition, die man sich tatsächlich erwerben kann. Und das Ganze sieht dann so aus, ja. Ist wirklich ein Riesenkarton. Ist wirklich sehr, sehr hübsch. Und zeigt natürlich das alte London hier. Schon sieht man ein paar kleine Anzeichen dafür. Ich finde sie sehr schön. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was drin ist. Müssen wir jetzt gleich mal reingucken. Das Ganze ist aber so, dass wir hier eine Uhr haben, die hier vorne auch tatsächlich dran ist. Ja, die machen wir dann ab. Die hat man dann. Dann kann man natürlich dann immer so machen. Entschuldigung, wie spürt haben wir hier? Schlesel? Lustig. So, dann zeige ich euch das natürlich von der Seite nochmal. Also ihr seht, hier oben ist ein Fach, was man aufmachen kann. Ich drehe das auch mal ganz kurz von Patrick. So, da ist ein bisschen der Fächer da oben, die man aufmachen kann. Patrick filmt das gerade übrigens super. Und dann kann man hier was rausziehen und so. Das gucken wir uns jetzt alles gleich in Ruhe an. Und ich mache einfach mal. Wow. Assassin's Creed Syndicate. Da ist dann das Logo nochmal drauf. Hier stehen wir ganz kurz dafür auf. Hier sieht man es hinten. Assassin's Creed Syndicate. Hier vorne möchte ich. So, und dann kriegt man hier richtig schön, ja. Ein Set mit einem wunderschönen Kunstruck, das das alte London zeigt. Dann haben wir hier einen Flachmann, ja. Den trinken wir natürlich, benutzen wir dann live in der Sendung immer, weil wir ja alle ziemlich krasse Alkis sind. Spaß beiseite, da tun wir dann Robbie Bubble rein und haben dann einen schönen Tag. Dann haben wir hier noch einen Steelbook, ja. Ohne das Spiel logischerweise. Ist aber auch sehr, sehr, kann man ganz kurz sagen, sehr, sehr schön gemacht, ja. Gefällt mir richtig gut und kann man sich ins Regal stellen, wenn man möchte. Es geht natürlich noch weiter. Wir haben noch mehr. Und zwar haben wir hier ein Artbook, ja. Das natürlich ein paar Sachen zeigt hier aus dem Spiel, wie das Spiel entstanden ist. Die Welt, also London und so weiter. Da haben die Entwickler uns ein paar Einblicke gewähren lassen. Finde ich ganz cool. Was sich dafür interessiert, auf jeden Fall. Eine London-Map von Assassin's Creed, die auch wirklich aus sehr, was ist das für ein Material? Ich weiß es gar nicht. Ich drehe das mal. Hier, so sieht die Map aus, ja. Habe ich es jetzt richtig rum? Ja. So sieht es richtig rum aus, ja. Das ist die Karte von Assassin's Creed Syndicate. Und hier hat man dann die Türme drauf und was weiß ich nicht alles. Das kennt man ja alles aus Assassin's Creed. So, das hier ist die obere Etage von dieser Edition. Das legen wir dann einfach mal kurz hier rüber. Dann kommt das große hier. Ich muss mal gucken, wie das aufgeht. Ich glaube, achso, ich weiß, wie es aufgeht. Man muss hier, genau. Tralala. So, die Uhr, die da vorher drauf war, war so ein Verschluss. Hier hat man dann die Figur drin. Die sieht ja mal mega cool aus. Die können wir einfach mal rausholen. Ach, die ist tatsächlich hier festgemacht. Okay. Dann nehmen wir das einfach mal ganz raus. So. Dann gucken wir uns erstmal diese Figur hier im Detail an. Und natürlich diese Verpackung hier. Typisch London. Und da sieht man hier die Big Ben Uhr von innen. Die geht nach draußen. Da sind noch so ein paar Tropfen auf dem Artwork und so. Gefällt mir. Ziemlich gut. Dann machen wir mal die Hütte wieder zu. Stellen das kurz hier rüber. Und dann gucken wir uns diese Figur an. Die müssen wir natürlich dann jetzt hier rausdrehen. Das kennt man ja alles. Und wir werden natürlich dann live in der Sendung heute noch Assassin's Creed anspielen. Ja, dann bin ich ja mal auf euer Urteil gespannt, wie ihr das findet. Und für alle, die das Video hier natürlich nachträglich gucken, die können auf playnation.de einfach vorbeischauen. Upsa. Auf playnation.de einfach vorbeischauen und auch da Gameplay sehen. Und der gute Sarazard-Spieler ist ja unter anderem in seinem Let's Play. Der alte Banause. Und ist auf jeden Fall interessant. Jetzt machen wir ihn hier hinten. Ihr kennt das ja. Das finde ich mal ein bisschen blöd bei Verpackungen. Aber das zeigen wir jetzt einfach mal alles. Interessiert euch sicherlich alles gerade. Ja. So, guck mal, wir haben es schon geschafft. Überall raus, genau. Das können wir dann hier rausziehen. Dann brauchen wir das Verpackungsmaterial hier nicht mehr. Das schmeiß ich aber mal einfach. So. Also. Das hier ist die Figur. Jetzt, Patrick, weißt du, wie man das hier festmacht? Ach, hier, oder? Haben wir das hier dran? Nee. Weißt du, wie man das... Das wird der Uhrzeiger sein. Ach, ja, hier. Genau, in der Mitte. Kommt dann da dran. Na, will aber gerade irgendwie nicht. Auf jeden Fall kommt der da dran. Kommt der hier dran? Bist du sicher? Denke schon, ja. Okay, also, der Uhrzeiger, aber mir geht es eigentlich eher prinzipiell um diese Figur hier. Wenn man sich die mal im Detail anguckt. Und die sieht wirklich mega cool aus. Ja, das ist ja hier der Hauptprotagonist in Assassin's Street Syndicate. Und man sieht dieses, wir nennen es Steampunk-Design auf jeden Fall. Und ich lege jetzt nochmal alles für euch ganz kurz hier zurecht, ja, damit ihr euch die nochmal in Ruhe angucken könnt, die Edition. Und das hier ist, wie gesagt, das Hauptcase, ja. Darin ist enthalten eine Map. Ich lege das alles mal ganz kurz so schön hin, dass man es gut sieht. Eine Map haben wir da drin enthalten. Dann ein Steelbook, ja, und ein Artbook. Das ist das Artbook. Ich lege das mal hier auf der Seite. Genau, das ist hier das Artbook. Ja, so, Artbook. Jo. So, so rum. Artbook und Steelbook. Die Karte ist auch falsch rum. Egal. Der Flachmann, ja, kann man sich reinzwiebeln, wenn man möchte. Und natürlich noch ein wunderschönes Bild, ein Kunstdruck. Denken wir mal hier vorne hin. So, das Ganze ist auf jeden Fall sehr schön. Und ich zum Release erhält, ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich würde es schätzen um die 100, 150 Euro, glaube ich, wenn ich es richtig liege. Gibt es für die PS4, für die Xbox One und natürlich für den PC. Und gefällt mir richtig gut. Also ist wunderschön. Würde ich mir auch ins Regal stellen. Es gibt ja noch von dem Vorgänger, haben wir natürlich auch Modell. Da gehen wir mal ganz kurz rüber. Ja, da können wir euch das mal ganz kurz zum Vergleich zeigen. Hier etwas von Assassin's Creed Black Flag. Und das ist natürlich auch ziemlich hochwertig. Und ihr könnt mal entscheiden, welche Edition findet ihr schöner oder welche Figur. Diese Figur oder die aus Assassin's Creed Syndicate. Und ja, viel Spaß noch. Und guckt euch auf jeden Fall gleich in der Sendung das Material. Und ansonsten, wenn du auf YouTube bist, weißt du Bescheid. Einfach die Playlist nutzen und auf dem Channel vorbeigucken von Playmassive. Und Daumen hoch. Vielen Dank und ab die Post. Ja, das war auf jeden Fall die Assassin's Creed Big Ben Edition. Ich habe schon ein paar Big Ben Witze gelesen. Sehr cool. Aber ganz kurz, Leute. Wegen dem Gewinnspiel. Chillt bitte. Schreibt mich die ganze Zeit, man kommt als Gewinnspiel. Und alle, die das schreiben, die kriegen es erst gar nicht. Also einfach entspannt. Nur die Leute kriegen es, die wirklich entspannt sind, die Sendung gucken und einfach geduldig warten. Ansonsten, wenn ihr dringelt... Geduld ist eine Tugend. Ja, wer dringelt, kriegt sowieso nichts. Das ist schon mal sehr wichtig. Außer den Hintern von eurer Mami versohlt. So, jetzt haben wir hier natürlich noch was. Da muss ich ganz kurz was ankündigen für die Gewinnspielgeier da draußen. Ja, wir haben nächste Woche noch was. Ja, wir haben natürlich nächste Woche auch da wartieren. Wir verlosen nächste Woche ein richtig dickes, also es ist jetzt nur ein Teil dieses Sets. Wir verlosen nächste Woche richtig dicken Assassin's Creed Kram, den man nicht kaufen kann. Wir haben unter anderem hier ein wunderschön Pullover. Das sind jetzt nur ein paar Sachen von dem Set. Es gibt noch viel mehr. Das hier ist ein Pullover von Assassin's Creed Syndicate, den man nicht kaufen kann. Der ist auch relativ cool. Zieh nochmal an, Benno. Warum nicht? Schmeiß mal rüber da die Kutte da. Ich habe eh nur ein T-Shirt an, kann ich auch mal drüber hauen lassen. Ja, bade mal an da. Das ist kurz wie eben, zack ey. Ich höre mal auf, was macht er denn da? Ich dachte, der macht sich jetzt die Hose auf. Dann dreh dich mal um, dann kann man ganz kurz mal zeigen, was hinten drauf ist. Juhu ey! So, yeah! Setz dich hin. Cool. Cool. Assassin's Creed Syndicate sieht auch gut aus, finde ich. Geht eigentlich, kann man mal so drüberziehen, wenn einem mal kalt ist oder so. Dann haben wir noch was, also wir haben noch ganz viel, das sind jetzt nur ein paar Sachen davon. Also nächste Woche um 20 Uhr einschalten, da gibt es natürlich dann noch ein Gewinnspiel. Wir machen jede Woche Gewinnspiele, Leute. Also wenn ihr was gewinnen wollt und diesmal nicht gewinnt, nicht direkt ähäähääh. Nächste Woche gibt es bestimmt wieder was Neues. Ja, was ist das denn? Das hier ist was wirklich richtig cooles. Was meint ihr, was da drin ist? Also das ist ein kleines Viereck. Ich hätte nicht gedacht, dass das, was da drin ist, da drin ist. Ja, es ist, also würdest du erst mal sagen, von was das ist vielleicht? Es ist von Assassin's Creed. Assassin's Creed Syndicate. Was für ein Zufall. Da reden wir doch die ganze Zeit drüber. Ja, aber für die Zuschauer zu Hause. Zu Hause. Okay. Ich würde das trotzdem mal sagen. So, wir machen das auf. Ich zeige das mal grob. Das hier ist ein, ab 14 Jahren. Ja, was steht da? Curry. Curry ist immer hier, warum auch immer. Ja, der sitzt zwar gerade gar nicht hier, aber Curry ist immer hier. Patrick, was war los in der Regie? Der Patrick ist heute echt verpeilt. Was ist denn los mit ihm? Failset heute. Richtig, alle mal Hashtag Failset reinschreiben. Aber ich finde es gut, dass wir so ein paar technische Probleme und so kleine Sachen. Das heißt einfach nur, dass wir wirklich nur Leute sind, die es aus Spaß machen und nicht jetzt hier die dickste Show aller Zeit aufliefern. Fernsehen, Mann. Ja, Fernsehen. Okay, machen wir jetzt Fernsehen. Okay. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Nein, so muss man. So. Willkommen bei der langweiligsten Show, die es gibt auf der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Heute haben wir eine besondere Edition hier. Präsentiert von. Immerhin im Studio, noch. Wetter, noch von. Marf Uli. In Brüninghaus. Hä? Hä? Was ist da denn los, Alter? Warum? Was ist denn hier? Hä? Hä? Ich habe keine Ahnung. Hier ist irgendwie gerade der Wurm drin irgendwie. Patrick? Patrick? Patrick, was war das denn jetzt schon wieder? Was ist denn da los? Curry will nur in Ruhe chillen. Das kann es doch nicht tun. Okay. Okay, weiter geht's. Was ist das denn? Wir machen mal weiter. Also, pass auf, warte, warte, warte. Wir zeigen. Pass auf, ich werfe dir was zu, okay? Okay. Du musst fangen. Okay, wieder. Okay, noch mal, eins, zwei, drei. Okay, zeig doch mal so in die Kamera, damit die Leute raten können. Tada. Was glaubt ihr, was das wohl ist? Also, man hört es ja schon. Sind so Ohrringe, oder? Sind so Art, genau, für die Mädels, ne? Okay, dann klapp das mal hier auf. Uh. Ah. Ein Schachspiel. Tatsächlich. Ja? Das ist so eine Art Schach, wie man es vielleicht früher im viktorianischen London hatte. Okay, wollen wir mal eine Runde spielen? Komm, pack mal auf. Ja, pack aus den Lachs hier. Okay, wir sehen uns. Für nichts zu schade. Das ist gar kein Schach. Das ist sowas wie Dame, oder was? Ja, meinst du? Ich glaube, das ist Schach. Okay, komm, ich stelle alles hin. Wir machen eine Blitzrunde. Okay, Blitz. Sieht man wahrscheinlich gerade richtig gut im Stream. Achso. Ist aber eigentlich was, was viele gar nicht wissen. Die kann man auch essen. Ist echt? Ist doch mal eins. Ist echt? Oah, nee. Nee, tatsächlich, das ist Dame, oder? Kann man nicht essen. Boah, Masuna, ey. Der rutscht mich an, ey. Okay. Äh, der geht schon hinten. Okay. Sieht man das so ein bisschen auf dem Tisch? Ja, egal, wenn man es nicht sieht. Ja, ein bisschen Platz machen, dann geht das, ey. Die Leute können ja einfach mal, äh, genau, und ich stelle die hier auch auf, auf dem Weiß, oder was? Ja, und dann können wir doch mal grob zeigen, wie das aussieht, wenn das hier aufgestellt ist, damit die Leute das mal sehen, damit die eine Ahnung von haben. Ja, dann mache ich das mal hier ganz kurz zur Seite. So. Ah! Toll. So, guck mal, der kann das hier nicht aufstellen, so. Der geht noch. Okay. Drei-Sekunden-Regel. Ja, also so sieht das gerade aus, wie eine belegte Pizza, ja? Ja, ja, ja. Und wenn man das dann im Detail anguckt, sieht das halt so aus. Ja, Hammer, ey. Alles rollt schon runter. Ja, ist auf jeden Fall cool. Also, cool. Nächste Woche, wie gesagt, behaltet es noch mal im Auge, denn nächste Woche haben wir vielleicht noch mal das ein oder andere Paketchen für euch. Ja, das wäre ein gutes Gewinnspiel. Wenn wir das dann alles wieder finden. Gutes Gewinnspiel. Ein gutes Gewinnspiel, was wir nächste Woche haben. Mann, die geht aber auf Stift. Ja, ist denn los, Alter? Aber wir müssen ja zum nächsten Thema kommen. Leider mit deiner Zeit, das aufzurollen. Das muss der Curry später machen. Das können wir dann uns später noch angucken. War irgendwann eine gute Überleitung. Wir kommen gleich mal zum nächsten Thema. Ja, was gucken wir uns jetzt an? Das hier ist GTA 5. Was? GTA 5, der neueste Titel aus dem Hause Rockstar Games. Was wird das denn jetzt? Keine Ahnung, ey. Also, erst mal wieder ernsthaft. Also, GTA 5 aus dem Hause Rockstar Games hat ein neues Update rausgebracht, das Lowrider Update. Ja, jetzt kann man in die Karre sitzen. Cool. Komm, wir machen mal eine coole Karrenpose. Hier. Wie heißt das? Drive-By oder so? Okay, pass auf. Wir machen jetzt so eine Pose und die Leute müssen uns rausshoppen. Okay, los. Okay. War das so, oder? Ja, wir müssen jetzt 5 Sekunden im Bild so bleiben. Okay. Warte, ich hau die Knarre raus. Okay, ich auch so. Ja. Ja, war cool. Wir finden es eigentlich mal in einem Pulli, ey. Geil, ey. So cool. Kann man denn nächste Woche gewinnen? Vielleicht. Wo denn? Weiß ich nicht. Vielleicht auf playnation.de. Oder bei Science of Gaming. Oder bei Science of Gaming. Oder bei Curry zu Hause in Klevi. Ja, in Klevi. Da geht auch der Stift ab. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt wieder zurück zum Update hier von GTA Online. Das kam jetzt gestern oder vorgestern kam es raus. Lowrider Update. Für die PSV und Xbox One. Und ich hatte es ja schon gesagt, das Problem ist, dass es natürlich aufgrund der Kapazität, der Leistung der älteren Konsolen, Xbox 360 und Playstation nicht möglich ist, gab es dafür leider nicht. Aber das Update, finde ich, ist eigentlich das beste Update, was GTA bis jetzt bekommen hat. GTA Online. Man kann jetzt die, es klingt sehr simpel, aber es ist cool, wenn man das alles miteinander verbindet. Man kann jetzt bei den Karren, die alle Türen öffnen und kann die dicken Anlagen zeigen, die man im Auto baut. Man kann den dicken Motor zeigen. Man kann sogar das InDesign der Autos wechseln. Man hat eine Machete und eine Pistole. Es gibt neue Klamotten. Es gibt eine komplett neue Storyline mit Lamar und so weiter. Oh, cool. Echt? Neue Story. Ja, also du kannst... Du kannst mit deinen Freunden gemeinsam eine neue Story erleben und ich finde das richtig cool, das Update. Ich würde es auch echt empfehlen, das mal anzuspielen. Was ein bisschen bei sehr vielen Leuten enttäuschend war, ist der Preis der Fahrzeuge. Ja, was kostet die denn? Also so ein, ich sage mal, der Toy Story Lowrider kostet 230.000. Okay. Aber du musst den ja dann tunen. Ja, klar, klar. So und das Custom... Kostet normalerweise das Vierfache wahrscheinlich. Das Custom Kit kostet alleine, glaube ich, schon 37.000. Boah. Oder 370.000, ich weiß, die zahl ja nicht auswendig. So und dann kannst du zu Bennys Werkstatt fahren. Bei Benni, der schraubt dann da rum. Und ja, und dann hast du auf jeden Fall schon mal eine dicke Kacke am Start. Und du kannst dann mit deinen Freunden angeben. Du kannst beim Lowrider jetzt auch so... Wie traurig so. Also so hoch und runter, oder? So, komm, wir machen mal ganz kurz. Ja, auf jeden Fall ein mega cooles Update. Findet auch der Piddy gut. Und der, ich weiß nicht, ob man den sieht. Kannst du mal ganz kurz den Franklin mal kurz ins Bild holen? Jo, jo, geil. Warte, 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 pass auf. Warte, Franklin mal kurz aus dem Bild. Und jetzt lassen wir den mal ganz langsam reinkommen. Warte, warte. Was machst du denn? Dann musst du einfach nur oben kippen. Okay, jetzt lassen wir ganz langsam reinkommen. Jetzt. Franklin, was ist das du? Jo. Geil. Ja, ist schon sehr cool. Wir lieben unseren Merchandler. Ist ja im Studio. Und vor allem auch diese Playstation, die ihr gewinnen könnt. Die ich nachher mitnehme. Ja. Also, sehr schön. Und also GTA Online Update ladet es euch herunter. Und wir werden das gleich, wie es aussieht, doch in der Sendung spielen können. Sollte es nicht gehen, werden wir natürlich Minecraft Bad Wars auch mit euch spielen. Haben wir uns natürlich noch was zurechtkriegen als Alternative. Aber unser primäres Ziel ist, mit euch GTA 5 zu spielen. Beziehungsweise GTA Online. Dann wollen wir euch treffen im Spiel. Ihr bringt dicke Kachen mit. Wir treffen uns alle am Flughafen von Los Santos. Wir machen eine Freundessitzung auf. Eine Cruise Session von GTA Next. Die werde ich dann gleich noch schnell aufräumen. Und dann geht es los. Wir zocken gemeinsam. Du hast ja schon die ganzen Autos vorbereitet, glaube ich. Hast du auch alle gekauft wahrscheinlich. Ich habe schon zwei dicke Karren am Start. Will ich ihn kenne natürlich. Direkt zack. So einen dicken Van und anderen Wagen. Aber auf jeden Fall ein sehr cooles Update. So, und jetzt kommt was Wichtiges für alle Gewinn-Spielfreunde heraus. Die sowieso nur am Schnorren sind. Ich sage das ganz ehrlich, Leute. Ich finde das nicht cool, wenn ihr den Chat die ganze Zeit so voll spammt. Das finde ich nicht schön. Warum nicht? Gibt Schlimmeres. Gibt es eine Playstation 4 günstiger? Günstiger. Tatsächlich. Die Playstation 4 wird endlich günstiger. Von 399 auf 349 Euro. Da hat man ein wahres Schnäppchen mitgeschlagen, wie ich finde. Ist es ein Bundle? Gibt es Bundles? Oder muss man dann für ein Bundle immer noch 400 zahlen? Also Bundle sind wahrscheinlich in der Form noch nicht geplant. Aber ist ja schon mal Fakt, beziehungsweise gut, dass dann die rohe Version von der Playstation 4 dann 50 Euro mal billiger wird. Also ich finde 300 Euro ist eigentlich ein guter Preis für eine Playstation. 350 geht auch noch. 400 ist mir ein bisschen zu viel. Deswegen also warte ich vielleicht auch nochmal, bis es 300 kostet. Vor allem, es filmt zurzeit die Exklusiv-Titel. Ich meine, Uncharted 4 kommt, aber ich warte immer noch auf Last of Us 2. Spätestens bei Last of Us 2 oder Final Fantasy 15 oder Final Fantasy 7 das Remake, müsste ich mir eigentlich mal eine besorgen. Ich bin nicht so der Final Fantasy-Fam, wie ich bin. Final Fantasy fand ich immer so... Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Geschmackssache. Ja, genau. Ich habe damals Final Fantasy 7 das erste Mal gespielt, war komplett geflasht. Noch nie so eine Immersion erlebt, mit 10, 12, 11. Hast du nicht gesehen? Eine Immersion hast du erlebt. Habe ich erlebt, ey. Ich war so klein und habe gedacht, boah, voll immersiv, ey. Nee, aber war auf jeden Fall cool. Und dann muss man sich mal eine Playstation 4 holen. Und wie gesagt, holt euch noch nicht jetzt die Playstation 4, denn das dauert noch ein paar Tage, bis die reduziert wird. Aber Sony hat es offiziell angekündigt. Ich glaube, in Japan ist sie auch schon reduziert, wenn ich mich nicht irre. Und Europa wird auch bald folgen. Also batet noch ein, zwei Wickelchen und dann holt euch das Ding für 349 oder bei uns alternativ für Low. Ja, genau. Hier bei unserem Gewinnspiel. Ja, das will ich auch lösen. Jetzt mal ganz ehrlich zum Thema. Wir werden auf Planation euch natürlich informieren, sobald die PS4 in Deutschland vom Preis reduziert wird. So, wir haben natürlich direkt die nächste News und zwar Overwatch von Blizzard. Ja, Blizzard bekannt von World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Diablo, Diablo 3, Diablo 5 und alle anderen Diablos. Diablo 10. Ja, aber alle WoW-Adons, also das erfolgreichste Online-Rollenspiel aller Zeiten. Ja, schon eine krasse Nummer. Hat, glaube ich, mal 11 Millionen Spieler gehabt. Boah, ich glaube sogar 12 oder so. 12 oder 13 war, glaube ich, Maximum, oder? Ich weiß es nicht. Aber das war auf jeden Fall mit das erfolgreichste Online-Rollenspiel. Und Overwatch ist jetzt etwas ganz Neues. Es ist, also man will halt versuchen, ich meine, viele erinnert das ein bisschen so an Team Fortress, ne? Und man will halt versuchen, diese MOBAs aus einer anderen Perspektive vielleicht mal darzustellen. Das heißt, MOBAs kennt ihr ja, ne? Massive Online Battle Arenas, hier League of Legends, Dota 2, Dota, ne? Warcraft übrigens war ja das erste Mal Dota damals, ne? Warcraft 3 und, ja, kennt man ja. Und jetzt ist, Overwatch ist ein bisschen anders, das heißt, ihr habt auch fünf Leute im Team und müsst dann ein anderes Fünfer-Team bekämpfen. Aber ihr, das Ganze wird aus der First-Person-Manier stattfinden. Ist eigentlich cool, finde ich. Also, Heroes of the Storm ist ja nicht verkehrt, aber ist natürlich wieder so dieses klassische MOBA. Bisschen abgeändert, ne? Alles ein bisschen neuer oder anders als wie bei League of Legends oder andere Titel. Aber Overwatch tatsächlich wird dann aus der First-Person stattfinden. Und ich glaube, das ist dann wieder ein ganz anderes Spielgefühl. Man hat aber trotzdem immer noch diese verschiedenen Fähigkeiten. Das sind ja meistens so vier Fähigkeiten und plus ein Ultimate. Und dann kann man das Ganze mal dann ganz anders erleben. Sag mal, Ben, da du die ganze Zeit eine Jacke rumzobst, ne? Sollen wir nicht die Assassin's Creed Syndicate Big Ben Edition nächste Woche verlosen? Boah, die Big Ben Edition willst du verlosen? Ich dachte, die nehme ich gleich mit, ey. Sollen wir die einfach rausballern? Das war echt nicht geplant, aber ich hab echt... Keine Ahnung. Sollen wir nächste Woche ein ultimatives Assassin's Creed-Paket machen? Boah, nächste Woche, oder? Ultimatives Paket. Das ist ja natürlich eine Hausnummer, ne? Also wir wollten auf jeden Fall, was wir schon geplant haben, wir haben ja noch ein, zwei Pullis und ein paar T-Shirts haben wir da noch rumliegen. Die wollten wir auf jeden Fall nächste Woche, können wir ja schon mal ankündigen, raushauen als Paket so ein bisschen. Ne? Haben wir ja letzte Woche auch schon gemacht. Die Pakete müssten jetzt auch schon auf dem Weg sein. Die Star Wars Identities Pakete und das Lichtschwert. Krass. Ne? Ja, ganz ehrlich, die Gewinnspiele hier, da bin ich in Ordnung. Ja, komm, besser rief es da. Ja, dann breit mal raus. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsthema. Ne. Ja. Heute ist... Battle Beef. Und... Battle Beef. Wer Battle Beef nicht kennt... Battle Beef. Was? 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 So, Battle Beef ist ein Format, was wir hier bei Science of Gaming schon seit der ersten Folge gegründet haben und wir wollen das natürlich immer wieder steigern. In der ersten Folge musste der Verlierer eine Zitrone essen, da haben wir ja Bilder rangemacht. In der zweiten Folge musste der Verlierer eine Fanfiction vorlesen, ja. Und das musste der ja in dieser Episode machen, in der Zukunft gleich. Das muss ich gleich machen. Das mache ich jetzt gleich auch. Ich habe mir da auch schon einen talentierten, richtig hübschen Gast ausgesucht, mit dem wir das gleich synchron vorlesen werden. Cool, ey. Und jetzt haben wir die Strafe schon für die nächste Episode, ne? Leute, es wird so krass. Also wir haben keine Kosten. Also ihr seht ja, das Studi ist schon sehr cool. Wir müssen nur noch ein paar technische Sachen werkeln, damit das auch alles richtig flüssig läuft. Damit es auch so bleibt. Ja, genau. Wir lieben technische Probleme und das, was ich euch jetzt, was ich jetzt ankündige, ist schon ziemlich krass. Ja, also wir ballern ja nächste Woche einmal Assassin's Creed raus, Big Ben Edition, aber nächste Woche werden wir, wir werden jetzt im Verlauf der Woche fliegen, ja. Das ist so bescheuert. Können wir ja machen da. Wir fliegen zu einem entfernten Ort, das lösen wir nächste Woche auf. Und dort werden wir dann auf sehr, also der Verlierer, der wird dann auf sehr krasse Höhe laufen müssen und muss dann in irgendwas mit Gaming, wir werden dann noch wahrscheinlich was mit Assassin's Creed machen, wird dann auf gigantischen Höhen über Seile laufen und muss seine Höhenangst. Und wir haben beide Höhenangst. Das heißt, der Verlierer, wir werden beide leiden. Wir haben beide Probleme dann. Also das wird, glaube ich, krass. 75 Meter ist das hoch, ne? 75 Meter, ey. Und da drunter sind, glaube ich, ist nur Wasser. Ja, und wir dürfen uns nur festhalten. Das heißt, wenn wir abrutschen, sind wir tot. Ja, das ist ehrlich. Dass die hier vom Odysseum uns dahin schicken, ne? Das ist schon unverantwortungsvoll. Was ist die los? Odi. Ja, Odi, Odi, Ojemine. So, und das gibt es dann nächste Woche hier bei Science of Gaming, wer das Spiel verliert. Ihr müsst das unbedingt angucken. Und jetzt, liebe Freunde, gucken wir uns einen Einspieler an, ja. Bevor wir uns den angucken, muss ich noch ganz kurz was zu meiner Verteidigung sagen. Ich habe sehr, wir haben sehr übersteuert. Bei der ganzen Geschichte. Das liegt daran, dass wir ein neues Mikro bekommen haben. Und dass Leute tatsächlich um uns herum standen und wir das Empfinden hatten, dass wir viel, viel lauter reden müssen. Es waren, glaube ich, 400, 500 Leute, die da rumstanden und uns eingefoert haben. Ja, tausende. Ne, 400, 500 waren das. Ja, okay, okay. Auf jeden Fall, wir waren auch voller Emotionen natürlich dabei. Deswegen, Odi, macht einfach jetzt mal eure Boxen ein bisschen leiser, dann ist es halb so wild. Und danach macht es wieder laut. Deswegen, ich präsentiere euch die allererste Ausgabe, meine Freunde. 3-D-Baddy! Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum härtesten Quiz überhaupt, oder? Ja, dreh den Paddy drehen wir heute. Genau, dreh den Paddy. Das wird eine Ausnummer, glaube ich. Also wir waren zu feige, müssen wir ganz ehrlich sagen. Und deswegen haben wir uns gedacht, heute darf man den Patrick mal richtig bluten. Unseren, ich würde mal sagen, fast schon Praktikanten. Der war ja letzte Woche bei Ubisoft. Und heute ist er hier auf dem Rad unterwegs. Da gehen wir doch einfach mal zu ihm hin. Schauen wir mal. Patrick, wie geht es dir denn? Es geht mir sehr gut. Den Umständen entsprechend gut. Möchtest du kurz erklären, was das denn hier für ein Gerät ist? Das hat man mir nicht erklärt. Ich durfte auch keinen Test machen. Also, tatsächlich durfte der keinen Test machen, um den Überraschungsmoment lustigerweise zu machen. Das ist ein Astronautentrainer, der dreht sich gleich einfach so oft, dass der Paddy gar nicht mehr weiß, wann er geboren ist, wie er heißt und wo er herkommt. Und er kann da überhaupt gar nicht nachdenken. Jetzt machen wir eine kleine Rechenaufgabe. Eins plus eins sind? Zehn. Drei? Okay. Also, es hat schon gewirkt. Und lustigerweise haben wir natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet. Das heißt, während sich Paddy gleich drehen wird, wie sonst kein zweiter mit 10.000 G, haben wir natürlich ein paar Fragen hier. Und die muss er richtig beantworten. Und der Mechanismus wird dieses Mal folgendermaßen aussehen. Also, ganz kurz. Jeder hat fünf Karten, also fünf Fragen in der Hand. So, genau. Jeder hat fünf Fragen. Und wir stellen dem Patrick dann die Fragen, während er sich auf dem Astronautentrainer dreht. Auf übelste Weise, vielleicht übergibt er sich auch, was natürlich umso schöner wäre. Vielleicht liegt er auch raus, das wäre natürlich auch gut. Genau. Und landet dann in der Regie wieder. Ja, eben. Kann direkt weitermachen. Und das Ding ist, das Ziel ist, dass der Patrick so wenig Fragen, wie es geht, beantwortet. Fasst nochmal ganz kurz zusammen. Okay, das heißt, Patrick wird sich drehen, wir stellen Fragen. Jeder hat fünf Fragen vorbereitet. Wenn Patrick beispielsweise null von meinen Fragen beantworten kann, ist das gut für mich, weil ich nur natürlich gute Fragen rausgesucht habe. Und der Clou ist natürlich, dass er nicht so gut die Fragen beantworten könnte, wie sonst im normalen Zustand. Bei Dennis genauso. Von wem er quasi weniger Fragen beantwortet hat, der hat quasi gewonnen. Und da haben wir dann nochmal eine ganz kleine Überraschung vor euch vorbereitet fürs nächste Mal. Genau. Und es gibt eine Strafe. Wenn wir es nicht schaffen, dann werden wir, ich sag mal, ins Flugzeug geschickt, ja, am Arsch der Welt. Und müssen einen brutalen, ich sag mal, wir müssen Höhen erklimmen. Da könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. Das gibt es dann nächstes Mal. Und ihr kennt mich ja, ich habe ja Höhenangst. Boah, ich habe Höhenangst auch. Okay, wir fangen einfach mal an. Ja, das hier ist, auf jeden Fall, Patrick, bist du bereit? Ja. Das bedeutet, ja? Ja, so, dann gehen wir mal zur Seite. Man kann hier mal ganz kurz einen Testlauf machen, ja, damit man ganz kurz mal sieht, wie der Patrick denn da am Leiden ist. Ja. Einmal ganz kurz, einen kurzen Testlauf. Ja. So. So ist gut, ne? So ist gut. Das geht so, wir können hier stehen bleiben. So. Also, Patrick, ist noch cool. Ja, jetzt zeig dir mal, was der Ofen drauf hat. So, okay, also die Leute von Modisseo machen das hier super, ja? Okay, das reicht schon, das reicht schon. Okay. Okay, Patrick, geht's dir gut? Ja, noch nicht. Okay, dann stellen wir mal die erste Frage. Hörst du uns denn auch, Patrick? Ja, ich höre. Okay. Die erste Frage ist, Patrick, wie heißt der Protagonist in Assassin's Creed 2? Boah, boah. Was? SCO ist eins, oder? Was? SCO ist eins, oder? Okay, hatte einen Punkt, hatte... SCO ist eins, oder? SCO ist eins, oder? Die Frage war richtig, beantwortet, SCO ist eins, oder? SCO ist eins, oder? SCO ist eins, oder? Nein, der hat zuerst SCO gesagt. Okay, die nächste Frage kommt von Ben. Okay. Die Frage lautet, wie heißt der Protagonist aus Final Fantasy 7? SCO ist eins, oder? Keine Ahnung. Also, einen Punkt für Ben. Scheiße. Okay, die nächste Frage ist, wie heißt der ehemalige Entwickler von DayZ? Dean Hall. Ja, super, dass das weiß. Okay. Also, eins, oder für Ben, wenn man es richtig jetzt denkt. Okay, die nächste Frage. Okay, die nächste Frage ist, wann erschien das NES in Europa? Das was? Das NES. Das was? Nintendo Entertainment System. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo ist die Frage? Ruhig noch ein bisschen mehr. Okay. Nächste Frage. Okay. Wie heißt die Dame in Mirror's Edge 3? Face. Monday, woher weißt du das denn? Okay, nächste Frage. Okay, wie heißt das neue Spiel mit Nintendo und Yoshi in der Hauptrolle? Oh, keine Ahnung. Das gibt's doch nicht. 3-0 für Ben? Yoshi's Woolly World. Okay. In welcher Stadt spielt Mafia 3? Chicago. Nein, New Orleans. Okay, jo, erster Punkt für Dennis, würde ich sagen. Es gibt ein Spiel, das hat insgesamt 14 Jahre Entwicklungszeit gebraucht, Patrick. Wie heißt das? Einmal, um nur mal ruhig drehen. Duke Nukem Forever. Ja, okay, Punkt für Patrick. Okay, jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Wie lautet die Musik von GTA 4? Summen! Keine Ahnung. Komm, du kannst das, Patrick. Weiter? Ja, mach weiter. Okay, er wusste es nicht. Das heißt, 2-3 bis jetzt. Also, du hast ja schon rein theoretisch gewonnen. Aber eine Frage hast du noch. Eine Frage hast du noch, du keine mehr. Okay, die letzte Frage, Patrick. Neben Peach gibt es im Nintendo-Universum noch eine Prinzessin, die Mario ab und zu mal rettet. Wie heißt die? Heißt die Peach oder? Nicht Peach, es gibt noch eine zweite. Ich sag mal, mit braunen Haaren. Boah, ich hab echt keine Ahnung, ey. Hat er keine Ahnung. Okay, also das heißt, Ben hat gewonnen. Aber, weil es natürlich so schön ist, lassen wir den Patrick jetzt mal richtig leiden und gehen dann mal richtig Vollgas. Komm, einmal drehen mit allem Drum und Dran, was es gibt. Hast du auf jeden Fall schon mal Respekt am Blick, dass er so lange durchfällt. War ein gutes Versuchskandidchen. Guter Praktikant. Super, super. Noch einmal drehen vielleicht. Also einmal auf den Kopf, würde ich sagen. Ja, hat er praktisch super gemacht. Ja, damals. Ja, und vielleicht kann man die Kamera einmal kurz drehen. So, das war auf jeden Fall. Hat genug für heute. Ja, hat er super gemacht. Ja. Vor allem was geil ist, man sieht das alles aus der besten Perspektive. Hat er praktisch super gemacht. Daumen hoch dafür. Ja, ihr könnt euch das Video immer und immer wieder natürlich auf YouTube angucken. Genau. Lass ich mal sagen, wieder zurück zur Sendung. Warte, 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 warte. Ihr müsst natürlich den Patrick jetzt erst mal fragen, wie es ihm geht. Patrick, einmal klatschen ruhig, ja? So, Patrick, wie geht's dir? Boah, ey. Alles gut, Patrick? Ja, ein bisschen schwindelig. Könnt ihr mal den Patrick einmal rauslassen ganz kurz? Das müssen wir natürlich auch noch filmen, ja? Weil ich bin so ein gemeiner Hund, ne? Bin ich du, wer dann? Ja. So. Dauert eine Sekunde. Also, schreibt doch mal bei Twitch oder natürlich bei Twitter mit dem Hashtag ScienceOfGaming Patrick Loben und wir müssen dann das nächste Mal, wir beide natürlich, ja, wir beide fahren dahin, wir fliegen ja dahin, also in den Amazonas und es wird richtig krass hoch, aber mehr dürfen wir nicht verraten, das gibt's nächste Woche zu sehen hier. Ich sag nur, Wall of Death. Okay, jetzt komm mal her. So, Patrick, wie war's denn? Boah, das war echt heftiger, als ich gedacht hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass die, wie viel G war das? Weiß das einer, dass die G-Kräfte so krass sind, vor allem, das war auf jeden Fall die heftigste Stufe, also bei Kindern wird die nicht gemacht und es ist, es geht, wenn man die Augen zumacht, aber man wird so unglaublich in den Sitz gepresst, auch rechts, links dagegen. Boah, ey. Links, rechts, Dreierloch, alles. Ja, also, großen Respekt an den Patrick, der hat's hier gemeistert. Willst du noch eine Runde? Ab in die Regie, Mann. Ab in die Regie, ja, wir gehen jetzt wieder ins Studio, ich hoffe, es hat euch gefallen, vielen Dank und wie gesagt, nächste Woche, Alter, da müssen wir wieder ran an den Speck, ne? Liebe Strafung, für diese Runde, so krass war es noch nie. Zitrone ist nix dagegen, Fanfiction ist nix dagegen. Warte, 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 wer das selber mal ausprobieren möchte, der kann hier ins Odysseum in Köln, einfach hier hinkommen und dann könnt ihr eine Runde fahren, wenn ihr wollt, macht unheimlich viel Spaß, glaube ich, ich hab's noch nicht gemacht. Ja, da bin ich auch sehr froh drüber, wenn ich ehrlich bin. Ja, du schon? Dennis hatte Angst, Thomas und ich haben's gemacht, jo. Also, jetzt zurück ins Studio. Ja, Alter, warte ich dir doch, dürft ihr mich schlagen, oder? Das war ne Hausnummer, auf jeden Fall Respekt an Patrick. Ich hasse euch so unglaublich, ich hasse euch, aber es war ne gute Idee, aber ich hasse euch. Pass auf, wir haben jetzt auch ne Challenge hier, ich hab ein paar Aufgeheffekte hier. 5000G, warte, warte, ich mach. Nicht, dass du gleich kotzt. Einmal Regie. So, auf jeden Fall, boah, mir ist wirklich ein bisschen schwindelig. Ja, jetzt kommt meine Strafe von letztem Mal. Also, die Strafe für das nächste Mal. Nächsten Mittwoch um 20 Uhr ist es soweit. Ben und ich, vermutlich, also ich, ich hab ja verloren. Ich werde auf den höchsten Trip meines Lebens gehen. Wir werden, äh, ich glaub, Dienstag werden wir fliegen, ne? Ja, ich glaub, Dienstag fliegen wir. Nein, Dienstag können wir gar nicht fliegen. Dann müssen wir Montag, dann. Montag wollten wir fliegen. Ja, jedenfalls Dienstag müssen wir ins Flug fliegen, der Flieger allein dauert ja schon zwölf Stunden, glaube ich. Ach du Scheiße. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das überhaupt dann noch Mittwoch schaffen. Nein, nicht zwölf, nein, wir wollten ja zuerst irgendwo hinfliegen, wo zwölf Stunden sind, aber die haben ja jetzt gedacht, das ist soweit, das würden wir teilen in den Schafen fünf Stunden. Ach komm, wir wollen nicht zu viel, aber ist egal. Also nächste Woche, aber... Auf jeden Fall, fliegen hin, fliegen zurück. Und mittendrin wird Dennis irgendwann sterben und Mittwoch werdet ihr es sehen. Ja, also nächsten Mittwoch 20 Uhr geht's da mit dem Thema weiter mit Battle Beef. Und jetzt hab ich mir jemanden ausgesucht, ja? Erstmal danke, Ben, dass ihr jetzt da warst. Wir sehen uns gleich wieder im PC bei euch, Freunde. Und der Ben hüpft dir jetzt mal aus dem Bild und dann kommt der gute, tapfere, superschöne Herr Currywurst rein. Kevin Deluxe. Hallo, Kevin. So, ich muss aber ganz kurz den Patrick loben. Du warst ja auch dabei, wie fandest du das, was der Patrick macht? Ich fand es sehr schön. Also sah sehr schön aus aus der Entfernung. Ja, schön, Curry, dass du da bist. Ich hoffe, dass ich da nicht drin sitzen muss. Wink doch mal. Ja, ist dein Mikro denn an, Curry? Alles gut? Ich hab's angemacht. Patrick, man hört den Mikro. Hallo, Patrick. Den Patrick, ne? Patrick, hallo? Den Mirko hört man doch. Ja, Mirko. Okay. Beate. Also, ich hab letzte Woche verloren beim Wer-bin-ich-Spiel. Und deswegen haben wir uns überlegt, es war ja die Strafe, dass ich eine Fan-Fix machen muss. Wir haben eine Fan-Fix gefunden von mir und dem Sascha, die wird aber leicht umgeschrieben. Ja. Ja, vielen Dank an den Autor. Ich weiß nicht, wer das war. Und wir haben uns gedacht, heute ist es so lustig, dass wir jetzt einfach mal wechselnd vorlesen. Jeder liest einen Satz vor. Hast du denn einen Titel für mich? Jeder liest einen Satz vor, ja? Und das Ganze fängt schon an mit, dies ist eine Fan-Fixchen von Über Currywurst und Mafuyu X. Sie ist aus Dennis' Sicht geschrieben. Das heißt, ich find den Curry geil. Du kannst schreiben, ne? Ja. Okay, wir fangen einfach mal an, ja? Also, ein Satz bis Punkt, ne? Ja, alles, was jetzt passiert, habe ich tatsächlich nicht geschrieben. Das hat irgendjemand auf einer öffentlichen Plattform geschrieben. Und wir haben es tatsächlich da rausgefunden. Okay, ich fang an. Ja. Es war ein ganz normaler Abend. Als ich mich mal wieder mit Curry verabredete. Aber das ist scheiße, wenn ich jetzt deine Sätze vorlese. Ach so, okay. Ich fuhr mit meinem GTA-Fast-Gills zu Curryhaus. Zu Curryhaus. Ja. Als ich vor seiner Haustür stand, blendete mich das Licht, das aus der Küche hinausschieh. Mhm. Ach so. Du bist voll drin, ne? Als ich genauer durch das Fenster sah, sah ich einen gedeckten Tisch, aber nicht mit Brot oder mit Donald-Zeugs gedeckt. Nein! Auf dem Tisch stand Rosen und piekfeines Essen. Was hat der Curry vor? Ja, komm doch weiter, Mann. Du musst dabei bleiben. Mit etwas komischem, aber schönem Gefühl klingelte ich endlich. Jetzt kannst du mal weiterlesen. Ach so, Entschuldigung. Nee, warte. Ich mach die Tür auf. Ja. Curry machte mir sofort die Tür auf. Warte, ich klinge mal, Curry. Ding, dong. Hallo. Du musst den nochmal aufmachen, der ist gar nicht mehr zugemacht. Ach so. Ja, jetzt so. So. Zieh auf. Bad mich rein und nahm mir die Jacke ab. Ja, ey, was alt noch? Ja, wenn die Jacke dann so an deinem Körper klebt. Ich ging vorhin in die Küche. Für wen ist denn das Essen? Frag dich zu zaghaft. Du musst mich nochmal angucken. Ja. Na, für uns. Oder siehst du hier noch jemanden? Nee. Ja, du bist nur das an, ne? Curry hatte recht. Juhu, jetzt wird das, Alter, das Licht wird gedämpft. Geil. Curry hatte recht. Okay. Niemand anderes. War im Haus. Und alle Räume, außer die Küche, waren stockfinster. Als ich mich hinsetzen wollte, zog Curry den Stuhl leicht weg, damit ich mich besser hinsetzen konnte und schob ihn dann wieder ran. Wir reden noch vom Stuhl. Mhm. Ja, ja. Langsam bekam ich ein mulmiges Gefühl. Was hat der Curry bloß vor? Ich hoffte tief in meinem Inneren, dass er genau das wollte. Uns. Während das Essen herrschte fast durchgehend peinliche Stille. Als mir die Gabel runterfiel, wollte ich sie aufheben. Doch Curry kam mir zuvor. Jetzt liest du weiter. Was? Echt? Wo haben wir denn aufgehört? Warte mal. Ich kam dir zuvor. Als? Achso, was auch. Können wir das Licht noch ein bisschen dimmen? Soll ich das auch so nachspielen? Okay. Können wir das Licht ein bisschen dimmen? Haben wir noch Kerzen hier? So, ja. Pass auf. Jetzt kommt es. Als er seinen Kopf hob, waren seine Lippen nur knapp von meinen entfernt. So, warte. Bleib ernst, Mann. Weiter. Und wir schauten uns in die Augen. Er liest die Gabel fallen. Welche? Wo habe ich denn? Okay, warte. Gabel. Okay, so, warte. Ja. Okay. Ich habe drei. Oh, ich hebe sie auf. Nein, warte, warte. Wir müssen gucken, was passiert. Er machte seine Augen zu und presste seine Lippen auf meine. Das machen wir jetzt definitiv nicht. Okay, warte. So, haben wir gemacht. Ja? Okay, pass auf. Im ersten Moment erschrak ich doch, dann wurde mir klar. Es ist richtig so. Ich erwiderte den Kuss nach kurzer Zeit. Und jetzt lösten sich meine Lippen von seinen. Ich wollte ihn so gerne wegnattern. Ey, wegnattern hat der da reingeschrieben. Das stand niemals da drin. Nein, habe ich nicht. Das halte ich für eine Lüge. Warte, pass auf. Es geht noch weiter. Das wäre mir ein... Ja, als ob du das auch nicht ange... Das wäre mir ein... Das schreckt er immer. Das schreckt er immer. Das ist anliegen, weißt du? Ey, da hat der Bronzer gemurgelt. Warte, 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 warte. Unschuldig. Aber ich glaube, dieser innige Wunsch bleibt mir auf ewig verwehrt. Jetzt. Ich liebe dich. Flüsterte Curry. Ich dich auch. Flüsterte ich logischerweise zurück. Im selben Moment gingen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Was würden andere dazu sagen? Was würde jetzt passieren? Was, wenn Curry-Eltern, Bernie, nach Hause kommen würden? Scheiße. Doch dann war mir sicher... Egal, was... Egal, was passiert. Ich würde Curry mal lieben. Ja, ich habe meine Dings erledigt. War schon vorbei. Ich bin ja richtig heiß, aber immer geworden. Was? Wir können ja noch was dazu dichten, Kevin. Oder wollen wir lieber lassen? Nee, dazu dichten ist es nicht. Da muss der Bronzer hin. Der muss ja immer die anderen Leute wegknattern. Okay. Ja, das war auf jeden Fall die Fanfiction. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe sie durchgelesen. Ich bin sehr stolz auf mich. Und nächste Woche geht es in die Höhe. Und Curry, was geht denn bei dir zurzeit so? Was spielst du denn zurzeit so auf deinem YouTube-Let's Play-Kanal? Was ich spiele? Ich spiele gar nichts. Ich spiele gerade mit Dennis. Nee, was spielst du denn zurzeit... Was spielst du denn zurzeit so auf deinem YouTube-Kanal? Wir spielen... Was spielen wir denn? Was spielen wir? Wir spielen auch Doomsday. Doomsday Night. Und dann spielen wir noch Outlast. Genau, der Curry, der Herr Currywurst oder auch Gexy Pro-Sniper spielt zurzeit eine Runde Outlast auf seinem Kanal. Wer da vorbeischauen möchte, kann das gerne tun. Wo bist du da ungefähr jetzt, damit die Leute das ungefähr wissen? Im Asylum. Im Asylum. Asylum. Im Asylum. Im Asylum. Im Asylum. Ich bin ja auf der Suche nach dir. Nach mir. Weil die Leute haben mir gesagt, du kommst erst in DLC. Warum kommst du... Ach! Ja, der Dachboden... Der Dachboden. Irgendwas kommt noch davor, weil das Wort ist mir zu schlau. Der Dachboden. Der ist so der Dachboden. Ja, so. Und bevor wir jetzt in die Werbung gehen, liebe Freunde, dieses Ding könnt ihr immer noch gewinnen. Ach du Scheiße! Und nächste Woche ballern wir noch die Assassin's Creed Edition raus. Die könnt ihr auch gewinnen. Jetzt gibt es eine Runde Werbung. Und gleich werden wir dann nach der Werbung eine Runde GTA 5 Lowrider spielen, wenn die Server lassen. Dann werden wir natürlich noch eure Kommentare durchlesen. Wegknattern. Wegknattern werden wir jetzt auch in der Werbung. Wir werden die Kommentare lesen, was so zur Zeit im Internet los ist, was ihr mit dem Hashtag Science of Gaming schreibt. Deswegen nutzt jetzt die Werbung, ballert alles rein. Und ihr kommt dann live in die Sendung vor. Und ja, wir sehen uns wieder in exakt 90 Sekunden. Bis gleich. Tschüss! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Herzlich willkommen hier zurück bei Science of Gaming. Wir sind richtig Science. War richtig geil, gerade eure Fanfiction. Habe ich mir gerne angesagt. Ich zieh mir mal den Monitor ein Stück vor, damit ihr mir auch seht. Wie fandet ihr die Fanfiction? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich fand die eigentlich sehr schön. Ich bin auch sehr eroterisiert jetzt zur Zeit. Ich auch. Also ich saß die ganze Zeit mit einem Big Ben. Ja, mit einem Big Ben. Deswegen sitzt der Ben auch immer so hoch. Ich habe letztens gemerkt, dass ich manchmal unter Hintermonitor verschwunden bin. Deswegen muss ich heute ein bisschen höher setzen. Ja, Twitter natürlich. Wir haben natürlich hier alles am Start. Die Leute haben natürlich wieder mit dem Hashtag Science of Gaming gepostet. Und ganz kurz muss ich mich fragen, liebe Leute. Was denn? Moment. Ja. Ja. Was ist das denn, Alter? Regie, können wir mal ganz kurz auf meinen PC gehen? Ja, sind wir. Könnt ihr mich mal kurz wieder zeigen? Könnt ihr nochmal auf den PC gehen? Könnt ihr mich nochmal zeigen? Liebe Welt. Ich bin wirklich... Ich mag diesen Planeten, ja? Aber warum macht ihr das? Wir normalen Menschen haben euch absolut nichts getan, ja? Aber wieso gibt es jetzt bei der Telekom ein Bibi-Phone? Ich weiß es nicht, Dennis. Ein Traum einfach. So weit ist es also schon gekommen. Was ist mit der Netzwelt los? Da kaufe ich mir lieber einen Heidel-Traub-PC. Ja, komm. Aber das ist... Egal, anderes Thema. So, auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal. Ich gucke ja auch immer ab und zu beim Twitch-Chat, was die Leute so schreiben. Ja. Ist auf jeden Fall viel, viel los im Netz, ne? Ben, lest doch mal ein paar Kommentare davor. Ja, was ist denn hier los, ey? Also, 4.081 Zuschauer haben wir heute. Weiß jemand, was das für Monitore sind? Das sagen wir natürlich nicht. Das sind natürlich Geheimnisse. Ja, das sind Geheimmunitore. Ich mag Sony, aber warum machen die das? Weiß kein Mensch, ne? Ja, das weiß kein Mensch. Ja, wir gucken einfach mal hier, was da so abgeht im Internet, was die Leute so schreiben. Heideltraut, was würdest du mit dem Bibi-Phone machen, wenn ich es benutzen würde? Ich glaube, einmal gegen die Wand schmeißen die. Keine Ahnung, was soll ich damit machen? Ist ja von Sony. Ja, eben ist doch ein gutes Gerät, aber es ist halt nur die Vermarktung dann, ne? Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ihr alle am Start. Guck mal, hier gerade Streamception, ja? Schön, dass alle dabei sind. Ich gucke natürlich nochmal bei Twitter, was die Leute schreiben, ne? Also, Werbung unterstützt durch Dennis Werth. Ja, genau, das ist ja Töfte so. Und die Nessa ist auf jeden Fall am Start. Dann haben wir der echte, der echte schaut... Oh, guck mal, Ben, das ist auch ein schönes Bild von uns. Das ist sogar voll die geile College. Da fehlt auch immer so ein Untertitel oder sowas. Das ist aber voll die geile, das sieht mega geil aus. Ja, wir sind doch richtige Lowrider gewesen. Guck mal, wir sind richtige Motherfuckers. Oh, Entschuldigung. Richtige Gs, meine ich. Wir sind richtige Mütter. Ja, richtige Mütter. Dann, äh, brauche ich nichts mehr zu sagen. Boah, Alter, das ist voll süß aus irgendwie. Ja, ne? Ich finde, wie war das mit Wegknattern? Ich fand, der Kevin, den, äh, es gibt ja noch dieses Bild hier aus L.A. von mir und Kevin. Wo wir beide am Strand von Venice Beach waren und unser Abschlussrösemee gezogen haben von der Reise. Hier vor allem mal wunderschön hier noch die, äh... Die Haarlocke da. Sieht aus wie so ein Pigel. Was ist das denn hier? Ah, guck mal hier. Ja, da haben die Menschen drauf gewartet. Guck mal, ich spiele die Nummer ab hier. Boah. Äh. Richtige Theaterschauspieler hier. Ja, sehr schön. Ähm. Ja, wir haben auch viele kranke Zuschauer heute, habe ich gerade gelesen. Also gute Besserung an euch natürlich. Ja, gute Besserung da draußen. Die Lulu ist natürlich wieder dabei. Hier ist Science of Gaming, unser, äh, inoffizieller Livestream-Ticker ist dabei. Natürlich guckt bei Gandhi King auch die Katze zu. Ja, schönen Grüße, ne? Äh, Kali und ich hier. Ja, war auch dabei. Schönen Grüße an Tobi. Guck mal, jo, Tobi, ja, jo. Falls du noch dabei bist. Ja, guck mal, Kevin, das ist doch der Moment, wo wir beide drauf gewartet haben, ne? Guck mal Tobi, äh, guck mal Currys Blick an, ne? Ja, sehr, sehr schöne Bilder. Nicht schlecht, Mann, schlecht. Ähm, hat auf jeden Fall, äh, unheimlich viel Spaß gemacht, äh, den Patrick heute beim, äh, vernichten seines Lebens zu filmen. Ich guck einfach noch ganz kurz weiter auf Twitter. Was ist das hier? Ach so, wie sie da alle gefilmt haben, als der Moment mit dem Kuss kam. Kanntet ihr alle die Fanfiction? Ich weiß es ja nicht, ne? Ich weiß es ja nicht, ob die bekannt sind eher so oder eher weniger. Ja, auf jeden Fall ballert weiter. Was ist da los? Ballert auf jeden Fall mal weiter schön, äh, den Hashtag Science of Gaming auf, ähm, was? Ist immer hier, warum auch immer. Ja, das fragen sich alle eigentlich, warum der Curry immer hier ist. Aber der Curry, das wissen ja gar nicht viele. Der Curry, äh, wird gleich noch live, äh, ganz kurz The Forest ansehen, hab ich gehört. Echt? Da haben wir auch noch live gleich einen Auftritt zum Schluss, äh. Wir spielen ja gleich noch Assassin's Creed Syndicate, wie wir wissen. Ja, mit dem Curry. Mit dem Curry zusammen. Ja, wir haben da auch gehört, der Curry ist ja eher so ein voller Profi. Ja, der ist auf jeden Fall ein G. Und der kennt sich gut aus in der Assassin's Creed Universum. Der wird uns doch noch einiges erzählen, also da könnt ihr echt gespannt drauf sein. Was sagt ihr? Der ist ein richtiger G, Alter, ne? Der ist richtiger, wie wir gerade hier die Lowrider waren, ist Curry im Assassin's Creed Universum. Ja. Das muss man sich vorstellen. Genau, der Curry ist der wahre Ezio Auditore. So, äh, dann gucken wir noch ganz schnell auf PlayNation, wie ihr denn Assassin's Creed Syndicate bewertet habt. Da haben wir ja eine kleine Umfrage gestartet. Genau. Falls ihr es denn schon gespielt habt, ne? Es ist ja, hat ja noch nicht jeder gespielt. Wenn das überhaupt bewertet wurde. Kommt ihr erst morgen raus? Also suchen wir es mal ganz kurz. Assassin's Creed Syndicate. Und alle, die gerade zugucken, wir haben ja rund, äh, 4000 Zuschauer. Geht doch mal ganz kurz auf die Page und lasst mal eure Bewertungen da. Ja. Das würde nicht nur uns freuen, sondern auch Ubisoft, weil die dann sehen, wie ihr das Game findet. Das ist ganz einfach. Ihr gebt oben in der Suche das Spiel ein, wenn die Seite geladen ist. Und dann könnt ihr tatsächlich einfach in der Suchliste, ihr kommt dann hier Assassin's Creed Syndicate. Und dort klickt ihr dann drauf, ganz easy. Und könnt dann ganz locker deine Bewertung abgeben. Wir haben zur Zeit 181 Leute dann bewertet. Und ich würde mal sagen, ich würde, weil ich das Setting London schön finde, würde ich schon positiven Punkten ansprechen. Aber was ich sehr enttäuschend finde, ist einfach die Tatsache, dass es kein Core-Modus gibt und kein Multiplayer. Ist ein Rückschritt, muss man sagen. Also Unity war auf jeden Fall. Ich persönlich nur eine 4 von 5. Ja, Unity war auf jeden Fall eine Hausnummer mit diesem Core-Modus und allem. Also das ist ja auch eigentlich das, was die Leute heutzutage wollen. Die Leute wollen zusammenspielen. Die wollen nicht mehr alleine durch die Universen streifen, sondern schön alle zusammen. Ich fand das bei Unity mega cool mit dem Core. So, ich mach da mal ein Gut, bewerte doch auch mal ganz schnell, Ben. Ja, guck mal auf jeden Fall. Also Leute, wir gucken jetzt einfach mal ganz schnell noch, wie ihr bewertet, bevor wir dann jetzt gleich eine Runde GTA online spielen. Und deswegen geht auf die Page. Ohne Scheiß, wie geil ist dieses Bild bitte. Ey, Regie, geh mal bitte ganz kurz auf. Ey, ohne Scheiß, wie geil ist dieses Bild bitte. Das ist ja mega geil. Alter, kann man das mal ganz kurz zeigen, Groß? Schlecht war die schlecht. Ja, dann mach ich direkt mal ein Retweet. Wer hat das denn gemacht? Ein Muffin, ein mega geiles Bild. Ja, retweeten. Ey, mega cool. Jo, Ben, ey, guck mal, wir beide da on the road sind. Also, so was, ja, das find ich mal sehr, sehr cool. Das find ich sehr, sehr pralle. F11 soll ich drücken? Ja, ist mal besser. F11 soll ich drücken. Okay, ja, ich switch ja hier rum, dann guck ich noch, was die Leute ganz kurz im Chat schreiben. Die schreiben, hier, lest doch mal ein paar Sachen vor, Ben, dann vor wir es da spielen. Alter, wie oft ich noch Menschen, Kinder aus PS4, kommt später. Okay, ja, also die PS4 ist, glaube ich, immer noch heiß begehrt, glaube ich. Aber die wollen wir doch, glaube ich, nächste Woche erst mal los, ne? Nächste Woche, Alter. Ja, Dennis, haut einen raus hier. Ja, wir gucken einfach mal. Der Gewinner der PS4 steht fest, ist natürlich eine Lüge. Ja, das steht. PS4 ist schon weg, ist natürlich auch eine Lüge. Hol mal die Big Ben Haftbombe raus. Kann ich gleich mal machen. Die Gangster von Köln, genau. Ja, find ich eigentlich ganz gut. Ne, ich finde aber ganz ehrlich, ich finde, ähm, tut mir mal einen Gefallen, das würde ich noch ganz schnell haben. Alle, die bei Twitch gerade zugucken, schreibt doch mal auch, wenn ihr nur wegen dem Gewinnspiel hier seid, schreibt doch mal ganz kurz in den Kommentaren bei Twitch und bei Twitter, wie ihr denn diese Sendung findet. Abgesehen von den kleinen technischen Mängeln. Das würde ich jetzt einfach mal live gerne, das Feedback gelesen. So, und wir können doch mal ganz kurz was ansprechen. Und zwar, wir haben ja normalerweise immer die Sendung auf 22 Uhr angesetzt, aber ich denke mal, dass jetzt die Sendung heute vielleicht auch ein bisschen länger geht und dass auch die vorläufigen Sendungen, könnt ihr vielleicht immer mal Zeit einplanen, so bis 22.30 Uhr oder so. Ja, also wir ballern nur hier Scheiße aus. Wir machen hier nicht, 22 Uhr machen wir jetzt Feierabend, weil wir keine Lust mehr haben, sondern wir machen, wie wir Bock drauf haben. Und das ist für uns ja auch kein Job, den wir ja gerade machen. Ja, das ist einfach nur Just for Fun eine Sendung, die wir hier produzieren. Und wer wirklich glaubt, dass wir dafür Geld kriegen, also ich sag ganz ehrlich, wir kriegen schon eine kleine Bezahlung dafür. Ja, wir wollen ja alles transparent machen. Aber wenn ihr wüsstet, ja, wie viel Arbeit hier drin steckt und so, dann wüsstet ihr, dass wir das wirklich vom Herzen aus machen. Denn wir kommen tatsächlich jeden Mittwoch um 12 Uhr hin. Wir planen schon heute die nächste Sendung für nächste Woche. Und das machen der Ben und ich alles alleine. Da gibt es keinen, der dahinter steht und mit plant, außer ein bisschen das Odysseum. Die natürlich, gut, die sind sehr involviert natürlich in die redaktionelle Planung. Und in die technische Planung natürlich und die Umsetzung. Ja, aber wir haben immer so viele verrückte Ideen und die müssen uns mal helfen umzusetzen. Deswegen, ich gucke einfach mal. Ja klar, zum Beispiel heute wieder das beim Astro-Trainer, da haben sie auch wieder alle gut geholfen und so. Hammer, ne? Also auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die dritte Episode hier gemacht, ja, die dritte Sendung und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, das hier machen zu dürfen. Und das ist wirklich ein Traum für mich, eine Sendung zu moderieren. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wolltest du ja auch schon immer mal machen, so in der Art, so was wie Giga Games, so damals, wer hat nicht davon geträumt, mal irgendwie dort zu sitzen, nicht wahr, liebe Freunde? Nee, aber das, wie gesagt, macht euch keinen Stress, wir machen uns keinen Stress, ist immer ein bisschen Open End, aber das ist ja auch nicht schlimm. So, wir haben jetzt für euch dicke Gewinnspiele, wir haben für euch eine längere Sendung, wir haben für euch immer Gäste, wir haben für euch ein schickes Studio, wir haben für euch tolle Themen, wir haben für euch Eigenspieler, wir machen so viel für euch. Bitte tut uns nur einen Gefallen, gebt uns das zurück, indem ihr einfach jeden Mittwoch dabei seid und uns immer Feedback gebt, denn wir brauchen euer Feedback, um die Sendung immer weiter zu verbessern. Das ist ja wichtig und ohne euch gibt es auch keine Sendung. So sieht es auch schon. Wir machen das sehr, sehr gerne für euch. Ja, sieht man ja, hier auch vor allem auf Twitter und so, alles cool dabei, auf jeden Fall vielen Dank, ne? Auch bei Twitch. Wir sind sogar so krass, wir schminken uns nicht mal vor der Sendung. Wir setzen uns hier nicht hin und machen, wir müssen Puder haben, sonst sieht man scheiß aus. Ich weiß, dass ich immer müde aussehe und Pickel ab und so, aber wir sind halt so, wie wir sind und wir wollen auch nicht uns für jemanden verstellen. Es könnte nur sein, dass wir vielleicht irgendwann mal eine Sendung machen, wo wir uns gegenseitig schminken. Das könnte, genau, der 11.11., da schminken wir uns nicht gegenseitig, sondern da schminken wir den Kevin. Ja, achso, achso. Ja, aber dazu später mehr. Schmink den Kevin, oder was? Ja, guck mal, wir haben jetzt schon Ideen für den 11.11. Ach, komm, Leute. Das ist doch cool, ey. Wir ballern hier den Kram vor euch raus. Okay, jetzt Schluss mit Selbstloben. Jetzt gucken wir mal nochmal... Guck mal hier, Sturm der Liebe auf jeden Fall. Kurz auf den Rechner. So, ich guck mal noch ganz schnell, nochmal ganz, ganz schnell, was bei... Achso, ich wollte ja kurz gucken, was die Leute zu Assassin's Creed sagen. Komm, wir machen mal nochmal ein Refreshen hier, was die Leute dazu sagen. Na? Ja, ist nicht verkehrt. Auf jeden Fall hier haben wir nochmal den Sturm der Liebe auf Twitter. Was ist denn Sturm der Liebe? Ja, hier, Dennis und Curry vereint. Oh, guck mal hier, Retreat. 274 Leute sagen vier von fünf. Ihr könnt auch ganz runter scrollen hier unten, ganz unten und da natürlich eure persönliche Meinung zu Assassin's Creed abgeben, wenn ihr das wollt. Wie gesagt, wir warten jetzt nochmal zwei Minuten. Ihr habt jetzt gerade nochmal die Zeit und dann, sag ich mal, in zwei Minuten werden wir dann auflösen und in der Runde GTA Online spielen, wenn alles funktioniert, wenn die selber selber wollen. Ja, schauen wir mal gleich. Wenn nicht, spielen wir eine Runde Minecraft Battle Wars mit euch. Ist natürlich eine gute Alternative. Als Alternative, würde ich sagen. Dann wollen wir mal langsam gucken, abchecken, ob GTA läuft. Dann starte auch schon mal bei dir den Drop, aber gehen in den Singleplayer-Modus auf jeden Fall, weil wir müssen eine geschlossene Crew-Sitzung starten. Okay. Vielen Dank an den Curry, der das hier alles noch gemanagt hat mit GTA, damit das alles geklappt hat. Ich refreshe nochmal, um zu gucken, wie es dann aussieht. Und wir haben jetzt immer noch 275 Leute, ah ne, 275 Leute sagen vier von fünf. Also das Spiel bekommt von euch eine überdurchschnittliche Note. Ja, kann man so sagen. Kaufempfehlung auf jeden Fall. Solltet ihr das Spiel dann gespielt haben, jetzt im Verlauf der Woche, könnt ihr natürlich weiterhin abstimmen und eure persönliche Meinung auf Play Nation kundtun und anderen Usern eben einen Tipp geben, kaufen oder nicht kaufen. Dafür ist das Bewertungssystem ja da. Und nächste Woche kommen ja auch schon ganz, ganz viele neue Games raus, unter anderem Wrestling. Wir werden uns in Unterhosen hier im Studio gegeneinander zusammenkloppeln. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Traum. Schauen wir mal. Wie gesagt, nächste Woche und im Laufe der nächsten Wochen kommen sowieso ganz viele AAA-Titel raus. Gucken wir mal, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Wir wollen natürlich ganz gerne alles zeigen irgendwie. Wir haben auch schon überlegt, ob wir vielleicht mal ein AAA-Day machen oder sowas. Aber dazu natürlich dann später und im Laufe der nächsten Wochen mehr. Ja. So, und da fragen wir auch immer, wann kommt denn der Sarrazar? Der Sarrazar wird bestimmt auch bald auftauchen, auf jeden Fall. Aber dazu später dann mehr. So, jetzt gehen wir mal weiter. Es kommt, Alter, die ballern hier Twitter kaputt, ey. Da wird jede Sekunde was Neues gepostet. Auf jeden Fall haut weiter rein, postet weiter, weiter. Genau, gucken wir später nochmal drüber. Wir switchen jetzt erstmal zu GTA rüber hier. Hä? Ja, was denn? Ich bin jeden eine Nasenlänge voraus. Mir nicht. Keine Ahnung. Ja. So, schön. Okay, Rockstar-Service sind alle wieder ab. Jo, hier ist Streamception auf jeden Fall. Alles am Start. Was war das denn jetzt gerade? Special Effect. Warte nochmal. Komm, einmal, weil es so schön ist, einmal den Poddy. Und einmal den Tastengreiber. Und Siboba. Und Jabba. Was man nicht alles hier lernt, ne? Ne, Jabba. Ne, auf jeden Fall, guck mal, bist du jetzt auch schon GTA Online? Ich starte jetzt gerade GTA Online. Ey, das ist doch Hammerfreude. Der Garman. Spielen wir mal heute GTA 5 in der Community. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht eigentlich, ne? Ja, geil. Und jetzt mit dem neuen Update. Ich hoffe mal, du hast ein paar gute Karren am Start. Junge, ich habe Karren, da freut deine Mutter. Boah, ich habe immer noch nur Muppet, ey. Mehr habe ich nicht hier, ne? Echt jetzt? Ja, ja, das sieht man hier gerade bei mir auf dem Rechner. Okay, Ben. Aber ich fahre schon mal raus, oder nicht? Wir müssen erstmal in eine Sitzung, ne? Ja, ich lade dich sofort ein. Ja, okay. Okay, dann mach mal dein Game bereit. Bist du schon im Spiel? Ja, ich bin in Game hier. Ich warte nur auf deine Einladung, Mann. Ähm, was? Was denn? Ich losse eine Crew-Sitzung, ist ja richtig. Jo. Ja. So, das geht ja nächste. Die ist schon wieder voll, euch. Also, ihr seid ja rabauken. So, wir machen jetzt, also, wir treffen uns alle am Flughafen von Los Santos. Bringt bitte eure Karren mit. Egal, ob's Tuning-Autos, äh, ob's, ob's Lowrider-Update-Autos sind oder nicht. Ähm, keine Polizeimiligung mehr. Polizei, bitte macht sie erst weg. Und nicht da rumballern. Wer rumballert oder Polizei, im Übrigen, wird aus dem Stream gekickt. Ist scheiße. Äh, hier aus dem, aus der Sendung geschmissen. Also, nicht aus der Sendung, sondern aus der Sitzung. So, ich lade dich direkt ein, Ben. Genau, lade mich mal ein. Oder kannst du mir hier nachschauen? Wie öffne ich den Rockstar Social Club nochmal? Curry? F. Was war das, Curry? Post 1. Post 1. Post 1. Curry ist übrigens unser Regieassistent. Der will jetzt öfter hier in der Sendung sein. Genau, ich bin ja grad schon draußen rumcruisen, aber ich warte natürlich nur auf die Einladung von Dennis, dann, dass wir erstmal in die Cruise-Session rein können. Okay, hab ich. Go, 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 du musst dich beeilen. Steh! Wo war das hier? Einladung hier, ne? Job. Ah, hier, zack. Jobliste. So, also ich hab hier schon mal einen richtigen Gangster-Outfit am Start. Oh, geil. Oh, geil, ja. Was geht? Bis dann, joinst du nach? Dann schaltet erstmal auf Dennis seinen Rechner, bitte, Regie. So, joinst du nach? Äh, nee, ich hab die Einladung noch nicht bekommen. Geh mal auf, drück mal Post 1 und join mir nach. Okay, Freund. Ja? Du musst auf Freunde gehen und dann... Ah, hier, der Maffuyu ist schon online. Ja. Bist du in meine Sitzung? Wir beitreten, ja, jetzt komm ich rein da. Okay, geil. So cool. Genau, dann treffen wir uns erstmal irgendwo, würd ich sagen. Ja, ja. Mit der ganzen Community. Lars Grache. Genau. Lars Grache, ich geh'n gleich. Geht's? Klappt's? Ja, äh, äh. Okay. Wir switchen rum, Freunde. Es kann sich nur ein Stuss handeln hier. Ja, eben streamen, Alter. Wie geil ist das denn, Mann, ey? Ja, Curry, ey. So, der ist schon wieder nach Hause gefahren. Im Herzen. Ja, ja, ja. So, ich hab hier einen Anruf von Lama, den drück ich mal ganz kurz weg. Okay. Ja, GTA, kannst du noch mal kurz was zum Update erzählen, wenn du willst? Ja, also das Update enthält neue T-Shirts, äh, ein neues... Alter, was will denn der Lama, Mann? Schild doch mal. Neues, äh, äh, neue Klamotten. Äh, dann gibt es noch, ähm, ich geh jetzt mal da ran. Äh, oh, der sagt, der sagt ein Liga zu mir. So, ähm, es gibt auf jeden Fall, äh, dann noch neue Karren und so weiter und so fort. Und, äh, es sind schon ein paar Leute am Start hier, aber die Karre, die ich hab, die brauch ich eigentlich gar nicht, weil ich ja ein Tuning-Auto haben wollte. Ach, guck mal, die sind hier schon... Oh, yeah, Mann, geil. Die sind hier schon mit dicken Flitzern am Start, die Jungs. Ja, klar. Warte mal. Ähm, ach so, ich muss den Ton an meinem PC noch anmachen, eine Sekunde. Ton mal anmachen, ja, genau. Den hab ich nicht an. Ach, der war aus, Patrick. So, ich hatte gar keinen Ton an. Jetzt besser, jetzt dürfte es gehen, oder? So, liebe Freunde, haben wir Ton? Sorry. So, jetzt? Ja, jetzt müssen wir auch Sound haben, oder? Ja, jetzt geht's. Ah, sorry, war mein Fehler. Ich fahr nochmal in die Tiefgarage. Äh, Leute, also, Treffen, äh, Flughafen Los Santos ohne Polizei, ohne, äh, Gewalt. Einfach nur Spaß haben, bringt eure dicksten Karren mit, die ihr habt, und dann geht's los. Ich freu mich mega drauf, mit euch das jetzt hier gleich zu haben. Das Update zu erkunden quasi, hier. Ja, genau. Treffen wir uns einfach beim Flughafen unten. Ja, du bist bei mir in der Sitzung, ne? Ja, ja, ich glaub schon, hm. Ich guck mal, Bronze, Bier, Müsste eigentlich, also. Äh, ist bei dir ein PNM4U drin? Wo sieht man das nochmal? Äh, drück mal Y. Y, ne, genau. Wie viele Leute sind gerade in einer Sitzung? Äh, 21. Nee, du bist nicht in meiner Sitzung. Echt nicht? Nee. Ah, ja, ich bin doch dir nachgejoint. Du musst in die GTA Next Crew erst gehen, Ben. Ansonsten machen wir gleich die Sitzung nochmal auf. Im schlimmsten Fall. Ne? Ja, äh, genau. So, deswegen, du musst in die GTA Next Crew. Ich glaub, da musst du einmal GTA neu starten für. Ist ja nicht das Problem. So. Okay. Ah, geil, Alter. Schuhmitgliedern beitreten, oder? Ja, Mann, der hat ein geiles Radio. Okay. Wie gesagt, an alle, die hier mitzocken, äh, alle zum Flughafen. Ja, bitte nicht hier die ganze Zeit rumdüsen, weil das ist ein bisschen problematisch dann. Fahrt zum Flughafen. Ich schalte es mal. Boah, das ist wie die Musik von GTA IV. Welchen nehm ich denn? Ja, der ist ja schon richtig ein Lowrider hier unterwegs, ey. Boah, Alter, wie der wegfliegt, ey. Voll geil, ne? Schlechte. Äh, Chino, ist der Chino, ist der das? Oder ist der... Himmel dann nochmal. Chino Custom. Ich schreib mal. Alle zum Flughafen ohne Polizei und N-Reihe ausstellen. Ja. Okay. Okay, ja, schauen wir mal, ne? So, ah, hier ist mein Wagen, guck mal. Siehst du, da hast du nicht mehr nur die eigene Karre, sondern die anderen Jungs haben auch schon hier... Guck dir mal den Flitz an, Alter. Das ist die teuerste Tuning, die es gibt hier. Die Sache am Start, ey. Ne? Äh, genau, X muss ich drücken und dann kann man hier... Guck mal hier, Ben. Check it out, Mann. No way. Check it out. Aber ich kann das auch nicht so mit dem Hüpfen. Ja, musst du noch ein bisschen üben, ey. Und so sieht mein Auto von ihnen drin aus. Ja, mit Jay-Z. Der kann, der konnte das schon besser, glaube ich. Aber so fährt mein Auto nicht los. Hä? Mal gucken, ihr Crew und so. Mein Auto hängt, das ist falsch gespawnt. GTA Next hast du gesagt, ne? Ja. Ah, ich bin noch in der Bifteki aktiv. GTA Next PC. Ey, mein Auto fährt nicht. So, jetzt aber hier, oder? Mein Auto fährt nicht. Kann mich mal jemand rammen? So kann den Dennis. Jetzt? Ah, jetzt geht's. Jo, ich hing fest. Na, sauber. Ja, wahrscheinlich ist das Ding so tiefer gelegt, dass er schon auf den Boden fährt. Ja, schon wieder. Alter, was ist denn da los, ey? Der hängt da schon auf den Boden hinten. Ey, die Karre hängt fest, Mann. Ach du Scheiße, ey. Hilfe! Du musst jetzt springen oder so. Ah, das kann sein. Warte. Na, jetzt, 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 jetzt. Ne, ich fahr schon wieder nicht. Ah, jetzt doch. Alter, der Flitzer, der hängt ja auf halb fünf. Okay, ich fahr mal zum Flughafen hier mit dem Wackel-JZ in der Karre. Guck mal hier. Voll geil. Ja, das finde ich auch cool, dass die jetzt das Interieur noch ein bisschen verbessert haben, glaube ich. Ne, ne, du kannst das selber so anpassen inzwischen. Ja, das ist mega. Kannst alles selber machen. Ich muss auch sagen, dass ich bisher in GTA die Tuning-Möglichkeiten nicht so gut fand. Also, ich hatte ja immer mal versucht, irgendwie eine Karre da anzupassen oder so, aber irgendwie so war das noch nicht so, wie ich es eigentlich gern haben wollte. Ich meine, es ist kein Need for Speed underground oder sowas, aber inzwischen die Tuning-Möglichkeiten sind sehr cool. Ja, es ist jetzt auch aber verbessert worden. Ja, mega. War natürlich immer so. Ich habe auch noch diesen Mono-Bean, den kann ich gleich auch, Moon-Bean, den kann ich auch mal zeigen, so einen dicken Van mit so einen richtig dicken, ja, genau, mit so richtig dicken Boxen hinten am Start. Also, ich finde, GTA ist immer noch, obwohl es schon knapp zwei Jahre alt ist, ist ein richtig geiles Game, da kann man sagen, was man will. So, wir fahren jetzt mal zum Flughafen, wo sind denn alle? Oh, da ist ein riesen Sammelbund. Ich meine, da wird natürlich auch immer ein neues Update hinterher geschoben und auch viele Inhalte produziert, ne? Ja. So hält man ein Spiel natürlich am Laufenden, also am Laufen quasi. So, okay, da hat einer tatsächlich das Tor aufgemacht, aufgemacht. VIP-Eskorte ist erlaubt. Ich finde auch das Geschäftsmodell eigentlich ziemlich interessant, muss ich sagen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man so ein Abo braucht oder irgendwie DLCs bezahlen muss, man muss ja für das Geld quasi bezahlen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das so geil ist oder so, muss jeder selber wissen. Guck mal, wir sind schon alle am Start hier mit den Lowriders. Yeah, nice, Alter. Boah, mega lecker der. So, okay, ich stelle mich mal einfach hier auf und dann können die Leute sich daneben stellen. Stellt euch alle mal reihenmäßig, reihenmäßig auf. So, ich wäre dann auch mal in deiner Sitzung. Bist du? Ja, ja. Nice, echt? Ja. Bronzebeard. Ja, oh man, der Bronze ist auch der Laufende. Okay, einmal die Hupe an. Woher kommt die Musik, hör mal? Ich hör's da, wenn ich so kann. Junge, das ist GTA San Andreas. Ach so, okay. Ey, ich hab nur Weiß CD gespielt, Mann. Boah, geil, die ganzen Karren hier am Start. So, guck mal, jetzt kann man zum Beispiel hier mit M, ja, kannst du hier die ganzen Sachen aufmachen. Und dann kannst du richtig in deine Karre, hier, guck mal. Warte mal. Nice, ey. Ich fahr hier sogar vorüber. Ja, guck mal, guck mal hier. Guck mal, mein Motor an, Alter. Was ist das denn für ein Motor? Guck mal, was ist hinten für eine Anlage drin, Alter. Ja, nice, ey. Guck mal, wie alle in einer Reihe stehen mit ihren Lowrider-Karren. Das ist natürlich eine Hauskummer, ne? Mega geil, Alter. So hab ich's mir vorgestellt. Ja, ich mach mal hier ein paar Moves hier mit der Karre. So, alle, die den Stream grad schauen, dann schreibt doch mal ganz kurz im Chat hier, also im Spiel live, dass ihr den Stream grad schaut, das würde mich sehr freuen. Ja, dann können wir das nämlich mal zeigen. Am besten natürlich mit Bildchen und mit eurer Karre. Achso, ich hab schon eine Tür verloren. Toll. Oh, Dennis. Mann, ich hab eine Tür verloren. Pass doch auf deine Tür auf. Ja, warte mal, dann muss ich mal ganz kurz hier meine Türen wieder alle zumachen. Ja. So, und dann, äh. Fünf Kilometer bin ich auch da, yo. Boah, geil, guck dir das mal an, wie geil das aussieht. Oh, scheiße, ich bin nicht nur weit gefahren, weil ich nicht hingeguckt habe. Wie geil. Guck mal, wie geil das aussieht, wie die alle mit den Lowrider hier stehen. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, Leute. Und das ist ja live bei Science of Gaming, dass die Kommentare sowas Gutes sind kriegt. Daumen hoch dafür. Ähm, das ist mega cool. Ja, der Alexander ist da, der Lord Vader ist da. Der Lordi. GT Forever 1998. Äh, 88. Sargen Bratwurst, der Bruder von Curry. Äh, Rudy Bauer ist am Start. Alpha und so weiter und so fort. Also, alle ohne Polizei kommen. Und ich werde das jetzt so machen. Ich werde aus dem Auto raussteigen, wenn der Ben da ist. Also, der Ben und ich steigen da raus. Und dann macht bitte alle eure Motorhauben auf. Macht eure Kofferrauben auf. Macht alle Türen auf. Und wir gucken dann. Wir gehen dann von Auto zu Auto. Stellt euch am besten vor euer Auto direkt hin. Ja. Wartet noch ein bisschen. Bitte? Was? Stellt euch am besten direkt vorher im Auto hin. Und dann könnt ihr uns, könnt ihr uns nämlich zeigen, ja, wie die Karre denn aussieht. Und, äh, dann sehen wir noch euren Username. Wäre sehr, sehr cool. So. Macht der denn hier? Da steht ja einfach mal auf meine Karre hier. So. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Geil. Die, die, unanieren auf mein Auto. Jo. Guck mal, wie ich aussehen wie ein G-Mann. So, guck mal hier. Die, die möchte sexuelle Sachen machen, in Gollum. Bin grad auf Fullspeed mit meinem Befteki-Moppet unterwegs. So, ich guck mir da mal grob hier die Karren an. Ja. Boah, Alter. Was da für Schlitten. Boah. Vor allem die unterschiedlichsten Farben. Jo, sehr nice. Wo aufgebimpt. Sehr, sehr nice. Guck mal, die Lady geht hier richtig ab. Da kommt auch noch ein Lowrider. Alter. Finde ich ehrlich, das ist auch ziemlich cool. Weil wir haben ja jetzt das Update quasi in der News vorgestellt. Und jetzt gucken wir uns das einfach direkt mal an. Ja. Finde ich eigentlich auch ziemlich genial. Mega nice Gang hier. Ja. Also einfach in Reihung Glied aufstellen. Ne? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. Hier haben wir noch den blauen Lowrider. Da läuft einer mit der Unterhose durchs Bild. Alles klar. So, hier ein blauer Lowry. Boah, die Anlage ist da hinten. Boah, der fährt irgendwie wandeln. Guck dir mal die Anlage da hinten an. Ja, da ballert es richtig hinten drin. Die Karre sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann haben wir noch... Ja, Biff Tiki, Lohr ist da drauf. Jo, Mann. Geil. Der Sarraza ist auch überall. Dann geht es weiter. Da kommt einfach mal ein Flug. Zeug. Oh, yeah. Dann haben wir hier... Auch so erstmal hier den Centorno. Ja, ziemlich cool, ey. Mega. Dann hier noch ein Flitzer. So ein Moonbean. Der hat eine dicke Anlage hinten drin. Vielleicht kann man es nochmal ganz gut zeigen. Ich weiß nicht, ob da Kofferraum auf ist. Ja. Boah, Alter. Ach, die hat die ganzen Boxen in die Karre reingepfeffert. Alter, was ist das denn, ey? Das ist ja eine einzige Box. Ja, wenn du da drin sitzt und den Bass aufsitzt, dann... Sehr schön. Dann haben wir noch den Wagen hier. Gefällt mir auch richtig geil, alle. Bada, people. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Hier der Motor. Ne. Ähm. Hier. Ne. Auch nochmal ein geiler Flitzer. Äh. In Orange. Sehr, sehr schön. Ben, wie sieht der aus? Warum bist du da? Ich bin fast da. Okay. Hier noch moderne Karren am Start, ja. Ähm. Boah, wie viele Autos hier am Start sind. Guck dir das mal an. Es kommen immer mehr, Leute. Alter, wie das aussieht, wenn man hier so reinfährt. Gerade vor die Kolonne steht der erst einmal komplett, ey. Da kommt der Bronz oder? Könnt ihr das mal kurz zeigen. Ja, krass, ey. Hier stehen die jetzt mal alle komplett. Da kann man ja mal ganz kurz... Bronz ist von links da rechts. So, hier sieht man jetzt einfach mal dicke, fette Karren, Alter. Hallo, Freunde. Da seid ihr ja endlich. Der Bronz ist on tour. Ja, sehr, sehr geil. Jeder steht bei seiner Karre. So habe ich mir das natürlich vorgestellt. Ich drehe hier mal kurz eine Runde einmal. Guck mir erst mal die ganzen Karren an. Ja. Und dann komme ich zu dir, Dennis. Okay, komm mal rüber. Ich laufe gerade zwischen den Karren durch. Nice, Freunde. Nice. Dann haben wir hier noch, äh... Hier ist das Spezialjet, mit dem wir später noch abhauen. Das ist doch der, der mich gerade gerammt hat, dir, ne? So. Sorry, Freund. Ja, guck mal, die dancen hier auch ab, ey. Sehr, sehr nice. So, wo ist denn hier der Mafuyu hier? Ich will jetzt mal mit den Ganglieder hier sprechen. Hey, yo, was geht? Hä? Wo denn, ey? Hä? Hä? Hä, was soll ich denn da hinten drauf? Guck mal, so ein Adler, ey. Ja, was da? Guck mal, so ein Adler hinten drauf. Ja, wo bist du denn, ey? Ja, ich bin hier, ich bin hier, äh... Ben, du hast einen Vogel. Ja, hinter dir, hinter dir. Hammer, ey. Ja, Mann. Sehr schön, hinter mir, Alter. Wo bist du denn? Ich bin auf jeden Fall, Mann. So sieht's aus. Meine Crowley ist hier am Stizzeln, Mann. Ich bin bei dem mit der Maske mit der Unterhose. Ah, hier ist der. Guck mal, ich komme gerade mit meinem Vogelkollegen hier. So, jetzt können wir uns noch den an. Der hat einen Haftwurm in der Hand, da sind die gut. Ja, die schmeißen, meine Freunde. Nicht die Haftwurm, wir schmeißen. Boah, die haben sehr, sehr geile Karren, ey. Guck mal, die Farbe hier finde ich ziemlich geil. So, bronze Farbe. Was macht er denn hier? Coole Farbe. Guck mal, der hat einen Biff hier drauf vorne. Ne? Was ist geliefert? Ach so. Der hat den Biff-Teki-Logo vorne drauf. Dann hier, das A-Team-Truck hier. Ja, sieht aus, der Luxor. Wow, geil, ey, GTA-Muckel. Auch sehr geil aus. Kann man den rein, das ist wie beim A-Team hier, der Wagen. Hast du, ey. Dann, ach, da ist der Bronze hier. Jetzt haben wir den Bronze hier. Mein Muppet. Mein Muppet. Der dich mal oben, Bronze. Ja, Digga, hier, vor dir. Hallo, Dennis. Wie geht's dir? Was hast du denn im Gesicht für ein Popel? Guck mich nochmal an. Keine Ahnung, das ist... Hast du Lippenstift drauf, Alter? Ja, das ist mal eine geheime Zeit, Mann. Warum hast du Lippenstift drauf? Weil es käme nicht schnell. Wollen wir jetzt kurz... Sorry, Curry wird mich rächen. So, dann haben wir hier noch, äh... Mario-Gamer. Okay, dann haben wir hier noch, äh, auch ein... Alter, mein Muppet! Fährt ja wie ein bescheuerter... Hey, du, du musst mal mein Muppet hier gleich wieder hinstellen. Ich brauch das noch. Boah, das ist der Luxusjet, oder? Ja, ja, klar, ey. Geil, Mann. Der kostet ja auch eine ordentliche Mülle oder so, ne? Okay, der Pilot vom Luxusjet kann uns ja mal alle ganz kurz, ganz tief über die Maschinen fliehen, über die Fahrzeuge fliegen. Dann kann man das mal ganz kurz zeigen. Also alle, die mit den Autos da sind, die mit immer stehen bleiben. Dann machen wir mal ganz kurz einen, äh, Flug darüber. Und dann kann man das ja einmal ganz kurz sehen. Genau, warte, ich steige auch noch einen hier. Ja, alle reinleinigte. Du darfst nicht abnüppeln. Ne, das heißt... Du musst Fahrwerk rein, ganz tief drüber fliegen und das mal zeigen. Wenn wir sterben, ist scheiße. Und die Leute sollen sich mal alle auf ihre Autos draufstellen. Ja. Würde ich sehr, sehr cool finden. Ja. So. Ja. Es wollen immer noch mehr rein. Was hat denn hier? Was denn? Also, so würde ich ganz gerne mal im Privatjet fliegen. Oh, ihr sitzt im Cockpit, Mann. Mit so einem werten Kollegen. Ihr sitzt hier im Cockpit, guck mal. Boah, Alter, ey. Ich muss die ganze Zeit in seinen Schritt gucken, ey. Ich hab's auch nicht besucht. Kommen wir da mal ganz kurz auf Bronzes Rechner gehen. Jetzt, pass auf, die Umstellung, pass auf. Hallo. Hallo. Ja, geil. Micalica lica. Was hast du denn da für ne Knifte, ey? Einmal tief knifft, ey. Man sollte schon abheben, genau, Fahrwerk rein. Nicht schlecht, Mann. Nicht schlecht. Boah, jo. Dein geiler Move hier mit dem Jet. Juh, ey. Dann machen wir mal hier den Kinomodus an, würde ich sagen. Ja, ein Kino, oder? Ja, kann ich gar nicht. Doch jetzt... Wie geht denn das hier? Oke, der muss ganz tief drüberfliegen. War das nicht vų? Oder die Autos? Oder wie war das? Ah, R, ja, genau. R gedrückt halten. Ne? Okay, jetzt richtig schön tief drüber, ne? Ja. Tief drüber rein, den Lachs da. Ja, mal rein da. Der muss auch mal R drücken hier. Guck mal jetzt. Ja. Wo fliegt denn der jetzt hin? Scheiße, ich glaube, der entführt uns alle. Ich glaube, der fliegt jetzt erstmal nach London rüber. Ach, wegen SSS Creed Syndicate. Nicht allein in der Sendung haben. Und die tolle Pläser, die wir Ihnen verraten, was ihr machen müsst. So, Freunde, Freunde. Das wird auf jeden Fall gleich noch ganz spannend, glaube ich. Ich glaube auch, ne? Sowohl mit Syndicate als auch mit der PS4. Ja. So, jetzt fliegen wir mal ganz tief drüber. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Ja, nice. Ja, ich mach das mal in der Ego-Perspektive. Das würde ich sogar geiler finden. Boah, da hat einer mit dem Rock-A-Lounger geschossen. Warum? Achso, die machen hier Farben, wie bei Mad Max. Boah, die sitzen ja vorne drin, ne? Jo! Und nochmal, nochmal, nochmal. Aber tiefer, tiefer, nochmal. Die ganzen Lowrider-Karren aus der Crew. Tiefer fliegen nochmal drüber, nochmal tiefer. Ja, tiefer ist immer gut. Pff. Kammern. Ja. Ich hätte aber jetzt an unseren Praktikanten, Herrn Currywurst, könnten Sie mir ein Glas Wasser rüberreichen? Wäre das machbar? Ja. Das wäre ja schön. Currys Blick hätte man eigentlich gesehen müssen. Ja, jetzt bin ich nochmal ganz tief drüber da. So. Und zack. Boah, das sieht mega geil aus. Nice, Freunde. Hammer, Hammer Bild, liebe Freunde. Guckt euch das an aus dem Filo-Modus. Und ähm... Okay, die Kamera steht noch, Curry, alles cool. Hat der Curry die Kamera gerade umgerannt, oder was? Scheiße, ich will es aus der Kamera jemand mich hier abholen. Das war keine gute Idee, was ich hier gemacht habe. Ähm, wie komm ich jetzt da rein wieder? Ben, kannst du mich mal abholen? Äh, wo bist du denn gerade? Draußen im Zaun. Achso. Kannst du mal einen Helikopter schnappen und mich hier abholen? Okay, ich spring mal runter. Wie war das mit Mauszeiger? Kann man dann einen Fallschirm öffnen, ne? Ja, ja. Leertaste, Leertaste. Nein, er springt aufs. Leertaste, Leertaste! Ja, du bist dann... Ich hab doch gedruckt. Ne, du bist die Leertaste-Besche, Junge. Achso, hab ich ja gemacht. Ich warte mal ganz kurz, ja. So, weil einer muss mich mal mit dem Helikopter abholen. Und während ich gerade mal hier aufstehe und mal kurz mich strecke, kommt das Wasser jetzt von unten. Kann man das mal ganz kurz die Große an die Kamera? Hallo Curry! Ganz groß. Danke! Curry, komm mal nach oben da! Boah, das S, Alter, ganz ehrlich. Oh, nice, ey. Ja, vielen Dank. Aber ich würde auch sagen, wir gehen fast schon gleich über in den Konsolenbereich, oder? Ja, komm, wir gucken noch mal hier. Einmal fliegen wir noch mal drüber. Einmal fliegen wir noch mal rein. Na hier, komm, ich mal einen abholen hier bitte. Ja, mich auch. Hier GTA Forever. Ja. Einmal ganz kurz bitte... Mich auch mal mit dem Heli abholen hier, ich stehe hier im Nirgendwo. Einmal ganz kurz bitte rein. Ja, wie sie alle hier kommen, guck mal, wie sie alle hier kommen versuchen den Zaun umzufahren. Ja, ja. Ich bin ja schon fast wieder drin, ich hab mal ein Taxi. Na, einer muss noch mal ganz kurz Dennis abholen, bitte. Ja, einmal bitte mich abholen. Hallo. Ich liebe einfach diesen Kino-Modus, könnte ich mir den ganzen Tag reinziehen, ne? Ja. Haben wir noch einen Helikopter oder sowas? Ich warte hier. Wenn man mal kurz auf meinen Bildschirm schalten will, liebe Regie. Ah, da kommt einer mit dem Helikopter, sehr schön. Und zwar Mister... keine Ahnung. Ja, wie das aussieht dann noch mit der fetten Karre hier, mit dem Charger. Ist ja eigentlich so eine Art Charger, ne? Ja. Wenn man so will. Ach, da ist einer mit dem Helikopter. Schön. Ich jump einfach da runter. Einfach geil. Okay, Dennis, ich warte hier draußen schon auf dich. Ja, ich schwöre mir gar mit dem Meli rüber da. Mister Sherry kann mich einmal ganz tief rüberfliegen über die ganzen Karren. Der ist schon wieder am Jump-Mailfall. Und dann machen wir einfach mal eine Kolonne, würde ich sagen, und düsen wir hier weg. Ja, dann fahre ich einfach mal bei dir gleich mit, weil mein Moppet ist ja irgendwie abhanden gekommen. Ja, Mister Sherry einmal zu meinem Auto, bitte. Ja, und einmal wieder runterfliegen. Boah, das sieht mega geil aus. Also riesen Respekt an die Community. Das klappt super. Das werden wir bestimmt wiederholen. Einmal bitte landen Mister Sherry zu meinem Auto. Großen, großen Update, würde ich sagen. Ja, ja. Auf jeden Fall cool, dass ihr alle am Start seid hier. Wie gesagt, hier... Boah, wie viele Leute sind das? 30, 40 Leute gerade ingame. Ja. Mega nice, Alter. Guck mal hier. Dennis fliegt über uns hier. Ich bin hier mittendrin im Getümmel. Guck mal an, wie das aussieht, ey. Daumen hoch dafür auf jeden Fall. Guck mal, wie der hier einen wegjumpt gerade. Ja. So. Guckt euch das an, Freunde. Guckt euch das an. Super cool. So, jetzt soll er einmal landen und mich zu meinem Auto bringen. Das macht er auch, der Mister Sherry. Der guckt auch gerade den Stream. Ja, rammt euch. Ist ja kein Problem. Nice, nice. Boah, Alter, was geht denn jetzt ab hier? Da boxen sich welche. Wo geht denn? Das würde ich auch mal sagen. Steigen wir mal zusammen in eine Karre, oder? Ja, ich habe... Mein Auto steht irgendwo in Nirgendwo. Ich muss mal gucken, wo das steht. Ah, da hinten kommt der ja immer, Fuyu. So, wo steht mein Auto? Warte mal, ich... Ich stehe gerade bei der... Mein Auto war das erste, was hier standen. Ein schwarz-rotes war das. Hier hat die Polizei geholt. Schön. Jetzt gerät's außer Fugen. Richtiges Feuerwerk hier. Wo ist mein Auto? Ist das mein Auto? Nein. Nein. Zumut können wir uns bestimmt auch noch mal eins von der Community ausleihen. So ist das auch nicht, oder? Achso, ich habe hier auf dem Radar hier irgendwo sehe ich das. Hier, das hier ist meins. Ach danke, der mit dem... Komm, Bronze, rein da. Ey, was ist das denn? Der Helikopter auf mein Auto. Steig ein, Bronze. Jetzt, komm, Bronze, jetzt. Okay, go, go. Alle hinterher fahren! Ja, kolonne, kolonne, kolonne. Es geht los, scheiße. Ja, leider runtergefallen. Ja, alle hinterher fahren. Warte, wir warten, dass alle das gehört haben. Alle hinterher. Nicht schlecht, aber nicht schlecht. Wir machen Kolonne. Alter, wie tief diese Karre einfach ist, ne? Guckt ihr das an, ey. Kolonne. Guckt euch das an. Ja, der Helikopter landet auf einem Auto. Einfach scheißegal, dieser Kinomodus. Muss man einfach mal sagen, ne? Ja. Und ab die Post. Kann man jemand das Tor aufmachen, Jo? Jo, danke. Aber wobei, das geht auch beim Ausfahren. Guck mal, alle fahren hinterher, wie geil das aussieht. Ja, ja. Oh, oh, das sieht gut jetzt. Wir haben noch keine Zeit. Wir müssen langsam mal Assassin Speed spielen. Ja, ey. Ein Rundchen war mal hier noch. Nein, der Markt will ins Bett. Ey. Ja, mach mal auf da die Hütte jetzt hier. So. Ja, wir fahren noch kurz raus. Dann wechseln wir auf jeden Fall gleich mal in die Pause. Ja, oder wir drehen eine Runde über den Flughafen. Ja. Eine schöne abschließende Runde. Einmal eine Kolonne, Leute, hier. Okay, genau. Komm, einmal alle über den Flughafen. Ey, kriegen wir noch hin, da, oder? Ja. Mit dem Flügel, scheißegal, ey. Komm, einmal hier rüber, da. Jo. Fahr, fahr. Jo, what's it? Boah, scheiße, Mann, ey. Voll geil, Mann. Ey, wir haben den Helikopter dabei gerammt. Den Helikopter. Ja, Mann. So. Ey, was ist das? Ja, nice. Der roht von uns weg, Mann. Ja, da können wir nicht mehr viel machen, da sind wir auf dem Kopf, ne? Oh, jetzt hilft er uns, ja. Auf jeden Fall, eine super coole Sache, das Update, wie ich finde. Ja, vielen Dank, wie gesagt, dass ihr an der bei wart. Und, äh, ja. Vielen, vielen Dank. Und, äh, bevor wir in die Werbung gehen. Obligatorisch! Boah, Alter! Danke fürs Zusehen, jetzt geht's Werbung und da spielen wir Assassin's Creed Syndicate und verraten euch, wer die PS4 gewinnen können. 90 Sekunden, bleibt dran, liebe Freunde! Wie das nun geht? Und dann kann alle, die mitgezockt haben. 1 5 1 5 6 5 Subban 7 Outro 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 Sehr cool. Da gehen wir aber natürlich nächste Woche noch mal ein bisschen näher drauf ein. Also nächste Woche ein dickes fettes Assassin's Creed Gewinnspiel, unbestimmt noch das ein oder andere noch dazu. Wir haben noch viele, viele Sachen. So, wir sind jetzt hier im viktorianischen London und der gute Curry kann uns ja erst mal ein bisschen erklären. Also grafisch ist das natürlich wie eine Wucht. Das sieht richtig gut aus. Und der Release davon ist, glaube ich, soweit, ich weiß, übermorgen. Am 23. kommt das Spiel raus. Und da wird das Ding dann Release für einen PC, für PS4 und Xbox One. Und wir werden in diesem Ausschnitt jetzt einfach mal ein bisschen random durch London laufen und einfach mal ein bisschen in die Umgebung gucken, ein bisschen klettern und gucken, was da los ist. Und der Curry kann ja mal ein bisschen was dazu erzählen. Der hat nämlich ein bisschen das Tutorial gespielt. Wie ist dein Eindruck? Ein bisschen habe ich davon gespielt, ja, muss ich sagen. Also ich bin ja voll der Assassin's Creed Pro, wie er heute gesagt hat. Natürlich. Nee, aber ich habe ein bisschen die Anfangssequenz gespielt und man spielt ja, in dieser Version spielt man ja zwei Charaktere. Ein Mann und eine Frau. Ein Mann und eine Frau, genau. Und die sollen wir jetzt gerade finden. Oder wir sollen gerade in die Fabrik kommen. Und da wartet die wohl auf uns. Aber kletter doch erstmal ein bisschen rum. Kletter doch erstmal ein bisschen rum. Guck mal, da kannst du ja mal zum Beispiel... Boah, was darfst du denn hier finden? Ja, ich habe mir das selbst alles noch nicht angeguckt. Also ich bin gerade auch... Da kannst du ganz hochklettern, ne? Aber ich finde das halt immer bei Assassin's Creed so geil, hier die ganzen Details und sowas. Dass die Leute so arbeiten und sowas. Und wenn du in die Seitengassen gehst und alles, ne? Kann man denn auf den Hohenturm hochklettern, der da ist? Ich habe keine Ahnung. Probier's auch. Sollen wir das probieren? Wir sind ja richtig gefährlich. Also wenn das geht, dann tofte Sache. Wir spielen gerade übrigens die PS4-Version. Ja. Ja. Hört man Curry gut in der Regie, ja, ne? Hallo. Hallo Patrick. Okay, da müsste... Ach guck mal, da steht auch jemand. Da schankt gerade jemand. Ja, da stand's. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Achso, die war da oder was? Ja, wir sollten zur Fabrik, ja. Genau. Das ist jetzt wohl dieser... Also ich weiß da selbst noch nicht so viel drüber. Also das ist wohl der Assassin's Creed, der jetzt irgendwie London da irgendwie aufmischt. Ja. Und den sollten wir jetzt suchen halt in dieser Mission. Okay. Und das ist aber jetzt nicht die Dame, die wir dann selber spielen. Doch. Achso. Die beiden sind die, äh, beiden harten Leute, genau. Einmal Jacob war das, glaub ich. Und wie hieß sie? Irgendwie Emi oder so? E... E... Evin oder so. E... Effi Fry. Bitte? Effi Fry. Effi, okay. Effi. Effi Fry. Effi Fry. Ja. Kann man nochmal kurz was zur Grafik sagen? Also zur Grafik-Engine, hat sich da irgendwas getan im Vergleich zu Unity, oder? Also jetzt im ersten Gefühl hab ich das nicht so im Gefühl gehabt, ne. Hm. Also es sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht gut aus, klar. Aber man kennt es halt, ne. Aber es sieht jetzt auch nicht unbedingt besser aus, äh, als bei Unity oder so, ne. Also... Ich weiß auch gar nicht, welche Engine die benutzen, ne, ey. Muss ich zugeben. Vielleicht die Unity-Engine? Huuuuh. Ne, aber, äh... Ne, ich find's agisch, sieht das richtig cool aus. Ist auf jeden Fall... Engine ist auch erstmal in den letzten zwei, drei Stunden, glaub ich, immer dieselbe, ne. Ja. Das sieht man auch. So, wir springen einfach mal vor. Damit wir mal ganz kurz um die Stadt sein können. Versuchen jetzt mal am Turm hochzuklettern. Wir machen die Mission logischerweise nicht. Ja, das sollen wir jetzt auch machen. Nicht, weil wir uns... Achso, das sollst du jetzt machen. Genau. Es gibt natürlich wieder Aussichtspunkte, ne. Wahrscheinlich um die Karte wieder aufzudecken. Das kann man ja, ne. Okay, dann deck die Karte mal auf. Äh, ich kann das voll. Pass auf. Okay, der Curry kommt dann jetzt mal da hoch. Guck dir das mal an, wie ich das jetzt trainiert hab, ne. Das kennt man ja auch aus den ganzen älteren Assassin's Creed-Teilen, dass man immer irgendwelche Punkte hat, wo man sich dann synchronisieren muss. Also Gameplay-technisch ist es natürlich, äh, also für mich ist es sehr repetitiv, ne. Muss ich sagen. In fast jedem Ubisoft-Spiel inzwischen, dass man irgendwelche Sachen erklären muss. Gibt's sogar bei, äh, bei Watch Dogs gab's das auch. Und bei Far Cry. Und bei Far Cry und das fand ich ehrlich gesagt so ein bisschen hm. Ja. Aber guck dir das mal an jetzt. Aber ich muss sagen... Also das, das sieht jetzt unfassbar aus. Ja. Jungs, die Engine, das ist die Anvil-Engine, also mit A. Okay, Anvil, ja. Äh, wo ist denn der Big Benji? Den sieht man glaub ich gar nicht. Aber Unity hatte wahrscheinlich auch dieselbe, oder Patrick? Weiß man das? Ja, ich glaub schon. Ich mein... Ja, ich glaub das war dieselbe, ja. Okay, dann hüpfen wir da rauf und synchronisier doch mal ganz kurz. Ja, kein Problem. Damit wir mal ganz kurz zeigen können, wie atemberaubend Assassin's Creed denn aussieht. Auf jeden Fall kann man ja sagen, das Gameplay ist ja mehr oder weniger immer dasselbe so. Natürlich gibt's immer so das ein oder andere Schmankerl, ne. Ne kleine Veränderung zum Beispiel über Black Flag mit den, äh, mit den Schiffen. Was ich persönlich natürlich ziemlich, äh, eindrucksvoll fand. Aber... Und du musst natürlich in jedem Assassin's Creed Teil, wenn du jedes Jahr ein neues Haus bringst, auch immer paar Änderungen drin haben. Hier hat man noch Pferdekutschen. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch irgendwann noch sieht. Ich habe sogar gehört, dass man, äh, eventuell, äh, während des Zweiten Weltkriegs auch nochmal spielen wird. Äh, das könnte auch relativ interessant sein. Ist aber nur ein Gerücht. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Das hab ich irgendwo gelesen. Da kann man ja in den Kommentaren ja mal ganz kurz, äh, was zu schreiben, wie die Leute das so sehen. Und, ähm, dann kann man da vielleicht mal was kurz zu sagen. So, dann gucken wir mal weiter. Ähm, wie's jetzt aussieht. Ja, es lädt. Was kommt jetzt? Ach, der Ladebalker. Was mach ich mehr? Aber es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, denen gefällt das Gameplay natürlich, ne? Also, ich muss sagen, Black Flag war jetzt nicht schlecht oder so, ne? Ich fand Unity auch ganz cool. Ja, ja. Ich fand vor allem den Core-Modus bei Unity cool. Da haben wir ja Let's Play von gemacht. So, da sieht man ganz kurz genau, was man machen muss. Das Tutorial wird dann mal live, äh, im Spiel direkt angezeigt. Ja, ja. Erklärt, ne? Zack! Zack! Kein Problem, ne? Würde ich auch in echt machen. Ja, ist prima. Würde ich auch mal wie hoch. Geh nochmal raus. Geh nochmal raus. Guck mal ganz kurz wie hoch. Guck mal ganz kurz wie hoch. Guck mal, da jumpt jetzt der nächste hinterher. Die Frau, die Dame. Alter! Natürlich wird das gehen, ne? Das wird natürlich funktionieren. Das ist aber kein Problem. Aber das ist sowas, äh, das ist Kult bei Assassin's Creed, muss ich sagen. Das finde ich ganz cool, dass das geht. Dass man sowas machen kann. Und jetzt soll man sich einfach mal die Welt angucken, wie schön das aussieht. Ja, die belebt halt, ne? Ja, und das ist jetzt gerade erstmal die Playstation 4 Version, ne? Die ist ja natürlich optisch schon ein Highlight. Aber ich glaube auf dem PC sieht das nochmal heftig aus. Und man hat da auf jeden Fall, äh, ein flüssigeres Bild. Ich weiß nicht, auf der Konsole läuft das in 1080p. Ich kann es mir nicht vorstellen, in 900p wahrscheinlich. Aber was mir dann, äh, auffällt, ist, ähm, es ist ziemlich hell, ne? Also man merkt richtig, dass tagsüber ist. Das fand ich bei, äh, Unity war das so ein bisschen, äh, düstere Set für sich. Mhm. So. Ja, äh, Unity ist düsteres Setting. Hier ist aber auch eigentlich, wenn man sich mal die ganzen Details anguckt, schon relativ düster, ne? Ja. Also das ist London, wie man es kennt früher, relativ dreckig gehalten, ne? Und, äh, alles so ein bisschen abgeheifft hat. Wie die Fabriken. Das ist nicht so, nicht so fantastisch, irgendwie, ne? Ich glaube, Unity war da schon noch ein bisschen positiver, wenn man so will. Aber natürlich auch nicht so, ne? Genau. Aber ich finde es realistisch, muss ich sagen. Also vom Setting her sehr realistisch kommt mir das vor. Ja, ich finde, äh, 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 aber was man jetzt hier zum Beispiel sieht, die Haare und so. Das ist natürlich, also das ist so etwas, wo ich immer denke, okay, es gibt irgendwie noch kein Game, was so ein Bart zum Beispiel richtig gut hinbekommen hat. Wobei bei Tomb Raider die Haare zum Beispiel hat ziemlich krass aus. Doch, es gibt ja auch bei The Witcher zum Beispiel dieses neue Nvidia Hairworks oder irgendwas. Da ist auch, glaube ich, schon ziemlich detailreich. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, wir meckern hier auf einem hohen Niveau, weil, ich meine, wenn man mal überlegt, ne? Man muss Abstriche machen. Einmal die Spielwelt, oder will man lieber detaillierte Charaktere haben, oder will man das haben, oder will man das haben. Man muss immer Abstriche machen, wie das aussehen soll. Ja. Und, äh, das ist ja sehr, sehr wichtig, dass man sich damit zufrieden gibt, was es, äh, zu sehen gibt. Und ich finde, bei Assassin's Creed kriegt man auch was zu sehen fürs Auge und natürlich soundtechnisch, ähm. So, jetzt geht's mit der Kutsche los. Ja, jetzt geht's hier schon los, genau. Geil, man. GTA! Zünde mal den Beef da! Ja, das ist die richtige Low-Weider-Edition. Ja, das finde ich ja dann wieder cool, dass sie das halt eingebaut haben, aber als Gameplay-Element, weil das passt ja auch einfach, ne? Genau. Ich finde das gut, dass sie sich dann immer was ausdenken bei Ubisoft, was dann genau halt reinpasst. Genau. Ja, und nächste Woche ist ja noch ein Release von Anno2205. Ach du Scheiße! Alter, das hat's gut denn gemacht! Was wäre denn die geflogen, Alter? Hä? Was war das? Was? Das war natürlich... Was solltest du sein? Das war Combo-Breaker. Ja, da haben wir gerade mal einen halben Bauch in dem Bild gesehen. Ich fahr die ganze Zeit, also wenn ich... Also Curry ist auf jeden Fall, wenn ihr mal eine Kutsche fahren wollt, ein guter Fahrer. Frag Curry, der Curry ist der beste Kutscher aller Zeiten. Trust me. Ach, jetzt können wir auf den Scheunen gehen. Alles klar. Okay, gib mal Zunder, Curry. Können wir den rammen? Boah, zack! Er rammte die dicke Kutsche. Okay, wir müssen... Ja, cool, ey. Das gefällt mir selbst. Oh, pass auf! Und hier! Ach, schade, man. Man kann die Gegner immer irgendwie nur richtig wegrammen, ne? Ja. Also mega cool. Ja, mega cooles Setting. Müssen wir uns jetzt verstecken? Alter, hau ab! Ich weiß gar nicht. Komm, die machst du... Boah! Hast gesehen, der ist oben auf das Dach gefallen. Krass. Das ist geil, ey. Jetzt haben wir mit dem Auto, wo du gegenfährst, kann das auch mal sein, dass du wegfliegst oder so, ne? Ja, aber dass man so die Kutsche immer so... Boah! ...rammen kann, ist natürlich ein bisschen krass, ne? Mama, nimm mal jetzt Vollgas und baller mal jemanden weg da. Das bringt ein bisschen mehr Dynamik ins Gameplay, glaube ich. Kann ich auch von vorne an? Kannst du auch? Ja klar, das fährt man einfach eine Kopfnussweise. Achso, ja. Was? Der nimmt alles mit, der nimmt alles mit, was man mit ihm kann. So, hier müssen wir hin, oder was? Okay, hier müssen wir hin. Hast du... Könntest du mal auch so jetzt grad nicht diese Mission machen, sondern auch mal so durch Seitengassen? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einfach so umlaufe. Guck dir mal ein bisschen die Umgebung an. Ja. Also, ob das dann abgebrochen wird. Ja. Ich kann ja mal woanders hinlaufen. Ja eben. Du musst ja jetzt die Mission, dass du das Geschäft erreichen... Jump mal da drauf zum Beispiel. Jump mal auf den Wagen und jump dann mal aufs Dach. Ich kann die Kutsche auch entführen. So, jump mal da drauf und von da aus jetzt weiter und weiter. Geht das? Ja, das geht gerade nicht. Ich glaube, wir sind gerade unfähig. Du musst, glaube ich, auch mal drücken. Okay. Jetzt habe ich die Kutsche empführt. Also, du musst dann immer... Ja, das heißt, du kannst jede Kutsche nehmen, oder was? Ja, wahrscheinlich, wie so ein Auto, ne? Ja, krass. Okay, geh mal durch die Seitengasse, die da rechts ist. Ach, okay. Ja, das Kletter muss ich noch ein bisschen üben. Ja, du spielst das auch gerade. So. Seitengasse. Ja. So, und hier sieht man jetzt die wunderschöne Liebe zum Detail. Kinder liegen da, Obdachlose und so weiter. Und dann auf einmal ganz schnell auf. Ja. Na ja, was ist denn da los? Ja. Achso, jetzt hat es geschafft. Ja, hier hat man natürlich wieder versucht, das ganze Leben in London quasi einzufangen, in diesem Detailreichtum, ne? Was machen die denn? Der ist völlig dicht. Okay. Aber wir haben noch gar nichts zur Musik gesagt, zum Soundtrack. Ja, Assassin's Creed Soundtrack, finde ich immer gut. Unübertroffen bisher eigentlich immer, ne? Also, wie gesagt, ich bin von Assassin's Creed eigentlich nie enttäuscht gewesen. Was ich aber sagen musste ist, das erste Assassin's Creed war für mich eigentlich das wahre Assassin's Creed. Das habe ich wirklich sehr gerne gespielt, weil, guck mal da, was machen die denn da? Weil ich fand das so schön, da war es was ganz Neues. Und dann kamen ja diese ganzen Ezio-Sachen und so. Und dann gab es Assassin's Creed 3, Black Flag und so. Ja. Also ich finde, ich glaube, es würde der Serie nicht schlecht tun, wenn Assassin's Creed vielleicht alle zwei Jahre mehr erscheint. Ja, weil dann könnte man, wobei, es wechseln sich die Entwicklerstudio logischerweise ab. Also eigentlich arbeitet jedes zweite Jahr ein anderer Entwickler dran. Und jetzt ist bestimmt auch schon der nächste Assassin's Creed Teil in Arbeit. Ist ja an sich nicht schlecht, weil es ja keine schlechten Spiele sind. Aber wie du sagst, das Gameplay wiederholt sich eigentlich schon sehr. Nur das Setting ändert sich um die Story. Wobei das natürlich bei einem Grand Theft Auto auch so ist oder bei anderen Spielen. Deswegen kann man das eigentlich kritisieren. Innovation ist da gefragt, ne? Also grafisch von mir würde ich sagen top. Also eine 5 würde ich grafisch geben. Also 5 von 5, so wie wir das Bewertungssystem von Play Nation haben. Sound auch eine 5. Technisch, wie gesagt, würde ich noch eine 4 geben, weil ab und zu ploppt noch was auf und so weiter. Und die Framerate ist auch noch ein bisschen am ruckeln. Das liegt aber daran, dass wir vor Day One Pitch, glaube ich, spielen werden. Kann sein. Spielerisch würde ich eine 5 geben, aber in der Gesamtwertung eine 4 von 5. Weil, wie gesagt, das Gameplay wiederholt sich immer sehr. Es ist eigentlich nur eine andere Hülle verpackt. Das ist meine Meinung. Und es ist nicht schlecht. Ich würde es weiter empfehlen. Und deswegen ist die Meinung der Community immer sehr wichtig. Wie siehst du das, Curry? Welche Noten würdest du für Assassin's Creed geben? Also ich habe da jetzt relativ kurz gespielt und bin ansonsten auch nicht so wirklich der Assassin's Creed Freund. Aber ja, es macht auf jeden Fall Laune. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Multiplayer raus ist. Das sind natürlich einiges an Schwung, wobei wir bei Unity auf jeden Fall da richtig gerockt haben. Das hat aber mega Laune gemacht. Ja, deswegen ja. Wo wir dann in diesem Hochhaus waren und dann haben wir da jeder einen rausgezogen. Und du hast dann in peripheren Blickungen gesehen, wie einer da rausgezogen. Der war total perfekt natürlich. Also wir waren die perfekten Assassinen. Ja, guckt euch das Let's Play auf jeden Fall mal an. Ne, aber ich finde es okay. Also ich bin sowieso nicht so der Freund. Also ich bin sowieso nicht jemand, der regelmäßig irgendwie auf Assassin's Creed irgendwie abgefahren ist. Abgefahren ist? Abgefahren ist. Wir können ja sagen, die abgestanden auf Assassin's Creed, ne? Ja, ne, aber ich finde es okay. Also man kann es auf jeden Fall, auch wenn man nicht unbedingt Assassin's Creed erfahren ist, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Aber vieles kennt man natürlich. Ich muss sagen, man muss ja auch nicht jeden Teil spielen. Also zum Beispiel bei mir war es ja so, dass Black Flag halt wirklich eine hohe Freude war, ne? Das zu spielen und dann durch Nassau zu fahren, alles. Das war natürlich hoch eindrucksvoll, ne? Und dann zu der Zeit. Und Unity habe ich zum Beispiel nicht gespielt. Aber zum Beispiel Syndicate finde ich schon wieder interessanter vom Setting. Also ich finde halt dieses unterschiedliche Setting finde ich immer ziemlich nice. Weil das dann halt, da kann man sich aussuchen, wo habe ich Bock drauf, ne? Und das ist ja auch immer dann so ein bisschen so ein geschichtlicher Einblick noch in die Zeit. Genau. Da muss man ja auch nicht verkennen. Nö? Ja, ja, klar. Warum nicht, ne? Ich weiß nicht wie es bei Unity war, aber bei Black Flag hatte man auf jeden Fall so die ganzen Hauptpiraten mit drin quasi, ne? Ja. Das fand ich eigentlich ziemlich geil. Zum Beispiel, äh, Blackbeard, ne? Ja, ja, du war natürlich dabei, ne? Das hast du ja hier auch wieder, ne? Das so halt Figuren aus der Vergangenheit. Oder Charles Wayne oder so. Oder Kambi. Gerade war nämlich in der Sequenz, das war der Charles Dickens. Der Charles Dickens. Kann man auch eigentlich wieder in die Häuser reingehen? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich wird das wieder, äh, von Missionen abhängig sein, oder? Wo ist eigentlich der Big Ben? Schade, dass man... Der Big Ben ist erstmal hier, ne? Ja, drehen wir mal die Kamera. Oh, ja. Boah, ich glaube die Welt ist so groß. Ja, guck dir aber, guck dir erstmal mit den ganzen Schornsteinen und so. Sieht's schon, ist schon geil. Krass. Können wir denn ne Karte auf? Haben wir ne Karte? Ne, Karte haben wir glaube ich noch gar nicht. Oder hab ich das einfach falsch? Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wirklich super coole Spiel. Ich würd's, äh, würd's echt weiterempfehlen. Und, ähm, wie gesagt, geht mal auf playnation.de und, äh, bewertet das Spiel selber. Ihr habt jetzt schon einen kleinen Eindruck gesehen. Bewertet die Umgebung, ähm, das Sounddesign, der technische Aspekt. Und, äh, schreibt eine kleine Review in die Kommentare ganz unten. Einfach auf playnation.de und auf die Startseite dann gehen und dann könnt ihr oben suchen. Das würde uns sehr freuen und dann würden wir das gerne auflösen. Äh, und dann haben wir natürlich noch, ähm, die Big Ben Edition nächste Woche. Äh, da gab's ja auch noch ein Unboxing. Können alles, was wir heute gemacht haben, natürlich dann, äh, auf playnation.de nachsehen, wenn ihr das nicht geschafft habt. Ähm, kommen wir zu der Playstation 4, worauf natürlich alle warten. Weil die Playstation 4 ist natürlich, äh, das Wichtigste überhaupt. Das ist dieses Baby hier. Das wünschen sich sehr, sehr viele Leute. Ach du Scheiße. Okay, ihr geht auf playnation.de, dort haben wir dann eine News. Und in der News, äh, findet ihr, äh, alle Infos, wie ihr die Playstation 4 gewinnen könnt. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ihr macht irgendwas Kreatives, malt ein Bild, äh, singt ein Lied, äh, oder, äh, macht ein Video, ja. Macht Best of 10 von Science of Gaming, von dieser oder der zweiten oder der ersten Sendung, ja. Einfach ein Best of zusammen schneiden oder irgendwas Kreatives machen. Auf jeden Fall irgendwas, wo wir dann merken, hey, ihr habt euch Mühe gegeben. Ja. Ne, und das kommt cool rüber, das sieht gut aus oder hört sich gut an, wenn ihr ein geiles Lied singt über Curry oder irgendwas. Oder über... Es muss schon was mit der Sendung zu tun haben. Ja, ja. Irgendwas mit SOG, ne, also mit Science of Gaming auf jeden Fall. Da müsst ihr natürlich dann dabei sein. Und das Tolle ist, alle, die jetzt mitmachen und diese Sendung geguckt haben, die müssen nächste Woche auch gucken, weil wir logischerweise dann auflösen, wer gewonnen hat. Und außerdem verlosen wir nächste Woche noch die Assassin's Creed Edition. Also jetzt auf playnation.de gehen, macht beim Gewinnspiel mit, die E-Mail-Adresse findet ihr dort. Bitte gebt dort eure Anschrift an, euer Vor- und Nachnamen und, äh, eure E-Mail-Adresse plus, äh, eben das, was ihr gemacht habt. Nicht unbedingt jetzt schicken, sondern, äh, weil dann habt ihr ja logischerweise noch nichts gemacht, ja. Sondern, äh, lasst euch ruhig, macht's morgen übermorgen. Genau, lasst euch ein paar Tage Zeit. Wir gucken das auch erst Dienstag oder so durch alles, ne. Ja, ein Sender Schluss steht dann da und, äh, dann könnt ihr mitmachen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall heute, dass ihr dabei wart. Danke an den Curry, der auch nächste Woche wieder dabei ist. Ja? Warum? Der Curry ist auch dabei, äh, wenn wir auf unfassbare Höhen gehen. Weißt du, jetzt werde ich schon mal, jetzt werde ich schon hier zum Gläser rücken, weißt du? Zum Gläser rücken? Wieso? Wieso denn, ey? Jetzt bin ich schon der Wasserträger, weißt du? Du bist der inoffizielle Stammgast, Mann. Du brauchst immer irgendeinen Job. Du bist auch so ein Stamm. So, und, äh, ihr geht jetzt noch, äh, wenn ihr die Sendung gesehen habt, das ist ja die dritte Folge. Jetzt die nächste Folge gibt's dann nächste Woche am 28. Oktober um 20 Uhr wieder hier live aus dem Odysseum. Hammer, ne? Hammer, ne? Und, ähm, vielen, vielen Dank und, äh, Gewinnspiel Gauner. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.